Hi und herzlich willkommen im GAP-System-Podcast zu einer neuen Folge. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir, nämlich Prof. Dr. Timo Wievelhofe. Und ja, du hast richtig gehört, Timo, genauso geschrieben wie ich, tatsächlich nur ohne E. Und wir sprechen über das Thema Regeneration. Vor allem sprechen wir erstmal über allgemeine Faktoren, was betrifft Regeneration, was ist das überhaupt im Detail. Wir sprechen über das Thema zentrale Nervensystem, beziehungsweise über das Thema zentrale Nervensystemermüdung. Sprechen darüber, welche Auswirkungen hat Stress denn auf dieses System und wie können wir das Ganze auch beeinflussen. Wir sprechen aber sehr viel auch über das Thema Regeneration im Kontext Leistungssport, aber auch über Alltagsathleten. Und sprechen dann über ganz viele verschiedene einzelne Tools, angefangen mit Active Recovery. Also was ist denn jetzt eigentlich besser, wenn man ermüdet ist, sich nicht zu bewegen und wirklich auszuruhen? Oder vielleicht eine Maßnahme zu wählen, die eher der aktiven Regeneration dient, wie zum Beispiel das Thema Dehnen. Über das Thema Dehnen sprechen wir dann auch sehr im Detail, was die Datenlage angeht und sprechen darüber, welche Vorteile Dehnen vielleicht haben kann. Oder ob es vielleicht langfristig fürs Thema Krafttraining oder auch Gesundheit sogar Nachteile haben kann. Dann sprechen wir über das Thema Formrolling und tatsächlich ist es so, dass Timo unter anderem in einer Meta-Analyse 2019 mitgewirkt hat und das Ganze publiziert hat. Wir sprechen über diese Studie und sprechen darüber, was Vor- und auch was Nachteile in der Studie waren. Aber vor allem sprechen wir darüber, wann Formrolling denn wirklich Sinn ergibt. Vor dem Training, nach dem Training und warum ergibt es Sinn. Und was sind eigentlich die wirklichen physiologischen Hintergründe dazu? Wir sprechen aber auch viel über Pseudowissenschaft, sprich über verschiedene Firmen, die wir namentlich aber natürlich nicht erwähnen, wo viele Dinge verkauft werden, die wissenschaftlich eigentlich nicht wirklich bewiesen sind. Und ob es Sinn ergibt, solche Dinge zu verkaufen oder nicht. Und wenn man solche Dinge verkauft, wie man das dann kommunizieren sollte. Wir sprechen aber auch über viele weitere passive Maßnahmen. Du kennst es sicher, im Leistungssport ist es häufig so, dass Physiotherapeuten mit bei einem Sportteam mit dabei sind. Und wir sprechen über manualtherapeutische Dinge, aber auch viel über das Thema Massagen und wie das auch im Breitensport beziehungsweise auch bei Alltagsathleten Sinn ergeben kann. Oder ob das überhaupt im Detail Sinn ergibt. Und wenn es keinen Sinn ergibt, was man dann denn im Detail eher machen sollte. Und falls es Sinn ergibt, wie man das Ganze sinnvoll in seinen Tag integrieren kann. Wir sprechen aber auch über verschiedene Faktoren, die unter anderem den Schlaf verbessern können, nämlich zum Beispiel Tryptophan an dieser Stelle und wie wir Tryptophan auch beim Krafttraining sinnvoll nutzen können. Und hier sprechen wir natürlich auch über viele weitere Faktoren vom Thema Schlaf. Sprich, was ist eigentlich eine vernünftige Schlafhygiene? Was hat es mit den verschiedenen Schlafphasen auf sich? Sollte man das Ganze tracken? Ergibt es überhaupt Sinn, so viel zu tracken? Und in welchem Kontext steht auch das Thema Herzratenvariabilität, wenn wir uns Leistungssport anschauen? Und dann kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, nämlich Kälte, Immersion und Wärme. Immersion, sprich Kältetherapie und Wärmetherapie. Und wir sprechen hier über vor allen Dingen über den Secondary Muscle Damage Effect, welcher so ungefähr sechs bis zwölf Stunden nach einem Krafttraining eintreten kann. Und was jetzt in diesem Kontext Kältetherapie zum Beispiel machen kann. Wir sprechen aber auch über den gesamten Body of Evidence, was das Thema Kältetherapie angeht und bei welchen Sportarten es wirklich Sinn ergeben kann und in welchem Kontext es auch Sinn ergeben kann. Denn wie bei allen anderen Dingen in der Wissenschaft und in der Gesundheit immer, ist es ein individuelles Thema. Und genauso ist es mit dem Thema Wärme und natürlich Saunieren auch. Wir sprechen hier aber auch über die verschiedenen Faktoren, wann Sauna Sinn ergibt, beziehungsweise ob es vielleicht sogar Sinn ergibt, direkt nach der Sauna sich nochmal ins Eisbad zu begeben oder auch nicht. Und welche negativen Faktoren beziehungsweise Risiken das Ganze auch mit sich bringen kann. Wir gehen aber auch in die Tiefe, wenn es um das Thema Supplemente geht. Sprich, wir sprechen über das Thema Kreatin, aber sprechen auch über verschiedene Signalwege, nämlich zum Beispiel über das Thema Emtor. Und last but not least sprechen wir über ein Regenerationstool für verschiedene Sportler beziehungsweise Sportarten. Das Ganze kannst du dir auch ganz am Ende in den Show Notes runterladen. Das haben wir dir als Freebie angehangen. Und wir sprechen über die drei wichtigsten Kriterien, die du letzten Endes für dich nutzen solltest, kennen solltest, um deine Regeneration langfristig im besten Fall zu optimieren. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge mit Timo und Timo und lass uns sehr, sehr, sehr gerne Feedback in den Kommentaren da, wenn du das bei YouTube schaust. Und ansonsten schreib mir wie immer gerne Feedback bei Instagram. Also ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Timo. Von Timo zu Timo tatsächlich. Sehr ungewohnt für mich jetzt auch, in einer etwas anderen Schreibweise. Aber ich bin tatsächlich sehr gespannt auf unser Gespräch heute über das Thema Regeneration. Ich habe mir ganz, ganz viele Notizen schon hier gemacht, in Summe, ich glaube, viereinhalb Seiten. Ich würde sagen, lassen Sie aber mal ganz kurz so ein bisschen damit starten. Ich habe dich das eben ganz bewusst auch nicht gefragt. Marc, erzähl mal so ein bisschen was zu deinem Background. Du bist ja Professor Doktor eigentlich oder auch uneigentlich. Erzähl mal so ein bisschen, was du so machst, wo du herkommst und was so dein, ich sage es mal so, dein Alltagsbusiness ist. Ja, ich bin auch Timo in einer anderen Schreibweise. Ich bin Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Trainingswissenschaft. Bin Professor Doktor. Das ist aber nicht so wichtig. Also ich bin Professor für Trainingswissenschaft an einer Hochschule in Düsseldorf, an der ISD-Hochschule. Leite dort einen Masterstudiengang, der heißt Trainingswissenschaft und Sporternährung. Und bin vor allen Dingen deshalb hier, weil ich mich in den letzten mittlerweile über zehn Jahren mit dem Thema Regeneration beschäftigt habe. In der Forschung, wir hatten ein über zehnjähriges Forschungsprojekt, das vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft gefördert war, zum Thema Regenerationsmanagement im Spitzensport. Und ich durfte in diesem Projekt mitarbeiten über zehn Jahre mit einem tollen Team aus Wissenschaftlern, einem multidisziplinären Team. Ärzte waren dabei, Sportwissenschaftler, Sportpsychologen und so weiter. Und deswegen hoffe ich, dass ich so ein bisschen was zur Regeneration beitragen kann zu dem Thema und freue mich natürlich hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu dürfen. Ja, ich denke, du wirst wahrscheinlich ein bisschen mehr, als nur ein bisschen dazu beitragen können. Bescheidenheit ist ja immer eine gute Sache. Was mich jetzt nochmal ganz kurz so interessiert, gerade wenn es um das Thema Lehre geht, du hast jetzt gerade Trainingswissenschaft angesprochen. Dein Kerngebiet ist so Regeneration oder unterrichtest du auch Trainingswissenschaft und Ernährung? In allererster Linie bin ich Trainingswissenschaftler. Das heißt, ich bin kein Ernährungswissenschaftler und dieser Bereich Sporternährung ist natürlich auch aus Trainingswissenschaftlicher oder Trainingsperspektive wichtig, klar. Dementsprechend kenne ich mich aus, aber ich würde sagen, ich bin kein Experte in dem Bereich. Deswegen mein Schwerpunkt auch in der Lehre ist die Trainingswissenschaft. Also ich lehre, wie man gut trainieren kann im besten Fall, wie man Leistung steuern kann. Und ein Teil davon ist natürlich auch Regeneration, neben vielen anderen Dingen aber auch. Und sei es eben nur Krafttraining, Ausdauertraining, Schnelligkeitstraining und so weiter. Was würdest du, also wenn du es so selber einteilen müsstest, wenn wir so verschiedene Komponenten, du hast jetzt gerade schon viele Komponenten von Training angesprochen, aber wenn man so, nennen wir es jetzt mal einfach Erfolg, 100 Prozent Erfolg definieren müsste, nach wie viel davon ist Training, wie viel ist Ernährung, wie viel ist Regeneration. Was würdest du, geht jetzt mir gar nicht um die genauen Zahlen, aber was würdest du schätzen, wie groß ist der Anteil von Regeneration? Weil die meisten Menschen reden ja immer nur so, hey, welcher Trainingssplit, welche Übungen? Und das sind ja irgendwie so de facto anderthalb, lass es mal zwei Stunden am Tag sein, die man trainiert. Regeneration ist ein deutlich längerer Teil eigentlich des Tages, den ja auch niemand so mitbekommt im Fitnessstudio. Und die Leute fragen sich immer, ich muss genau dieselben Übungen machen wie der und der, dann erreiche ich das. Und es ist ja vielmehr diese restlichen 20 Stunden am Tag. Was machst du da für den Erfolg? Also was würdest du sagen, wie wichtig ist da Regeneration? Das hängt natürlich so ein bisschen ab vom Leistungsniveau. Also ich würde mal sagen, ein Breitensportler, Freizeitsportler, der jetzt nicht so viel trainiert, vielleicht zwei-, dreimal die Woche, da geht es natürlich darum, das Training möglichst gut zu gestalten. Und da wird die Regeneration, wenn man dann jetzt vielleicht nochmal in die Eistonne hüpft oder so, keinen großen Einfluss haben, weil die Zeit sowieso lang genug ist, um zu regenerieren. Aber im Spitzensport, da wird das dann durchaus relevanter. Da nimmt bekanntlich Trainingshäufigkeit zu, Wettkampfhäufigkeit nimmt dort zu. Und da müssen wir dann vielleicht noch genauer hinschauen, wie können wir uns bestmöglich auch regenerieren. Aber ich würde sagen, zu allererster Linie, wenn es um Leistung geht, dann geht es erstmal um Training. Das Training muss stimmen. Und im nächsten Schritt, wenn das super ist, dann können wir uns auch über Regeneration unterhalten. Und auf der anderen Seite, das ist immer ein bisschen die Frage, aus welcher Perspektive man schaut. Wenn man jetzt eben nicht in den Leistungssport guckt, dann ist es ja auch eine ganz andere Perspektive. Da würde man ja sagen, das Training ist eigentlich Regeneration. Da ist dann beides das Gleiche, weil ich arbeite den ganzen Tag und mache dann noch Sport, um mich vom Arbeitsalltag zu regenerieren. Deswegen ist es immer so ein bisschen die Frage der Perspektive. Aber ich würde sagen, im Leistungs- und Spitzensport, auch wenn Training dort immer noch sicherlich den wichtigsten Anteil hat, spielt Regeneration da durchaus auch eine große Rolle. Das ist auf jeden Fall eine Anekdote, die werde ich dir klauen. Das sage ich dir irgendwann. Das ist gut. Also Sport ist Regeneration vom Alltag so ein bisschen irgendwie auch. Das ist ein guter Punkt, finde ich. Was würdest du denn überhaupt sagen, gerade passend dazu jetzt, und das wäre eigentlich auch mal eine einleitende Frage gewesen, aber das passt jetzt tatsächlich sowieso mega gut. Du hast jetzt gerade gesagt, für dich ist teilweise Training auch Regeneration. Die meisten Menschen verstehen ja unter Regeneration was anderes. Was würdest du denn überhaupt sagen, was ist das Wort, Regeneration? Also wenn man jetzt ein Synonym finden würde, dann wäre es ja Erholung irgendwie so, geht es in die Richtung. Und da ist es genauso. Es ist eine Frage der Perspektive. Und jetzt sprechen wir so ein bisschen aus der Perspektive Sport. Und da könnte man sagen, Regeneration ist erstmal die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit. Weil wir würden sagen, Ermüdung im Sport ist eine Reduktion der Leistungsfähigkeit, der sportlichen oder körperlichen Leistungsfähigkeit. Und Regeneration dementsprechend die Wiederherstellung. Aber klar ist auch, natürlich, wenn wir uns Ermüdung anschauen, ist Ermüdung oder äußert sich Ermüdung in der herabgesetzten Leistungsfähigkeit. Aber die Ursachen sind natürlich ganz vielfältig. Und dementsprechend kann beispielsweise Muskelkater regenerieren, was sich dann positiv auswirkt auf die Leistungsfähigkeit. Oder zentral nervöse Dinge können sich regenerieren, dass ich mich wieder besser fühle und deswegen leistungsfähiger bin. Also ganz einfach gesagt, Regeneration ist Erholung. Und im Sport würden wir immer sagen, Regeneration bedeutet immer eine Wiederherstellung oder sogar Superkompensation der Leistungsfähigkeit. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, Superkompensation. Mir ist schon klar, was das ist. Aber ich glaube, viele Leute wissen nicht so genau, was das ist. Und ist ja eigentlich so die Basis für den optimalen Reiz, nenne ich es jetzt mal. Ja, also dieser Begriff Superkompensation kommt ja so ein bisschen aus der Richtung Modellvorstellungen, wie Anpassungsprozesse funktionieren. Ganz ursprünglich ist dieser Begriff aber zurückzuführen eigentlich auf ein Modell, wo es um Glykogenresynthese geht. Also die Wiederauffüllung der Kohlenhydratspeicher nach intensiver Belastung. Und einige, vielleicht ja auch der Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen diese Superkompensationskurve. Und die beschreibt eigentlich diese Resynthese von Kohlenhydrat und dann auch diese Überschießen der Speicherkapazität. Und so funktioniert es im Sport, wenn man jetzt mal Regeneration als Ganzes sieht und komplexe Anpassungsprozesse als Ganzes sieht, eigentlich nicht so. Aber einfach gesagt kann man eben mit Superkompensation auch meinen, okay, es bedeutet ein Überschießen der Leistungsfähigkeit, weil das passiert ja auch durch Training. Also natürlich jede Trainingseinheit führt dazu, dass ich erstmal weniger leistungsfähig bin, weil ich müde bin. Nach einem Krafttraining fühle ich mich schlapp, das fühlt sich ja auch durchaus ganz gut an. So ein wohliges Gefühl tritt ein nach einem Training. Aber ich bin halt eben erstmal nicht mehr so leistungsfähig, brauche ich ein bisschen, vielleicht einen Tag, vielleicht zwei Tage, dann bin ich wieder genauso gut wie vorher. Und langfristig werde ich ja auch besser. Und das wäre sozusagen mit der Superkompensation gemeint. Ich habe ein Überschießen der Leistungsfähigkeit. Ja, ich kann ja versuchen, dass wir diese Kurve, von der du gerade gesprochen hast, einfach mal in die Shownotes packen, dann wissen die Leute auch genau, worum es geht. Du hast es gerade eben schon so jetzt so eigentlich so verschiedene Gewebetypen oder auch Organsysteme angesprochen. Auf was wirkt sich denn Regeneration alles aus? Also du hast muskulär, du hast das zentrale Nervensystem eben schon genannt. Was ist so das primäre Ziel? Also wir wollen uns erholen, ja. Aber gibt es verschiedene Kompatimente, die sich erholen wollen? Auf jeden Fall. Die sind natürlich unterschiedlich ermüdet, je nachdem, was wir so machen. Und die erholen sich auch unterschiedlich schnell zum Beispiel. Also ich würde mal sagen, die Klassiker sind natürlich Stütz- und Bewegungsapparat, insbesondere Muskelsehnen und so weiter, die sich ermüden können. Alle, die schon mal Muskelkater haben, die wissen das. Das betrifft halt die Muskulatur. Der Name sagt es. Es gibt zentrale nervöse Ermüdungen, also dass das Nervensystem involviert. Man kann aber auch sagen, das Herz-Kreislauf-System ermüdet, wenn wir zum Beispiel in einer gewissen Art und Weise ja eine Steigerung der Herzfrequenz haben. Und wenn wir sagen, das ist dann irgendwie eine Form der Ermüdung und die Herzfrequenz will irgendwann wieder auch auf eine Ruhefrequenz zurück. Das metabolische System oder der Stoffwechsel ist natürlich betroffen. Also die Energiespeicher werden leer, wir verlieren an Glykogen und so weiter. Also es gibt unterschiedliche betroffene Systeme, die ganz unterschiedlich schnell oder langsam regenerieren. Also nur ein Beispiel. Die Herzfrequenz nach einer Belastung, die ist relativ schnell wieder auf dem Ruhe wert nach ein paar Stunden. Aber wer schon mal richtig heftigen Muskelkater hat, der weiß, das kann auch mal ein paar Tage oder sogar eine Woche dauern, bis das wieder verschwunden ist. Ja, wunderbar. Du hast jetzt gerade ZNS-Ermüdungen angesprochen. Ich kenne das zum Beispiel, gerade wenn du so Maximalkrafttraining machst, 5x5, irgendeine Wave-Loading Art und Weise zum Beispiel. Das ist ja zentral nervös, also wenn du in diesem, ich sag jetzt mal, hohen Load-Bereich trainierst mit wenig Wiederholung, das ist ja zentral nervös sehr ermüdend. Finde ich jetzt zumindest so. Wie würdest du das jemandem erklären, was eine zentral nervöse oder eine ZNS-Ermüdung ist? Ist das so ein bisschen gleichzusetzen? Das ist so der erste Gedanke, der mir in den Kopf kam und ich denke, das ist tatsächlich auch was, wie man es einfach verstehen könnte. Ist das das Gleiche, wie wenn man den ganzen Tag enorm viel Stress hat und merkt irgendwie so, die Luft ist raus? Oder ist das was anderes? Ja doch, so in die Richtung geht. Also erstmal muss man sagen, so ZNS-Ermüdung ist ganz, ganz vielfältig. Also ich glaube, man kann es fast gar nicht einfach erklären. Oder wenn man es einfach erklären will, dann funktioniert es so. Unser Nervensystem ist ja dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die Muskulatur kontraiert, dass irgendwas passiert. Am Ende, dass wir Bewegungen in Leistung ummünzen sozusagen und wenn das zentrale nervöse System irgendwie ermüdet ist oder beteiligt ist an der Ermüdung, dann feuert das einfach nicht mehr so gut. Unsere Muskulatur wird nicht mehr so gut angesteuert und im Endeffekt sind wir weniger leistungsfähig. Das kann aber auch einfach nur sein, dass wir ein Gefühl haben der Abgeschlagenheit, Motivationsverlust, wir fühlen uns träge und so weiter. All das würde man beziehen auf so eine zentrale nervöse Ermüdung. Und im Detail spielen da natürlich ganz viele Mechanismen eine Rolle. Ein Beispiel kann ich nennen, also Tryptophan als ein wichtiges Protein, das dann plötzlich bei bestimmten Ermüdungsmechanismen zu viel im Gehirn angeschwemmt wird oder dort anfällt und dort zu so einem Entspannungsgefühl führt. Vielleicht auch ein bisschen dieses Gefühl von Müdigkeit. Das ist auch nicht unbedingt immer schlecht, aber wenn wir jetzt gerade maximale Leistung bringen wollen, dann ist es eben nicht so. Nicht so top. Gerade wenn man jetzt so in diesem Tryptophan-Stoffwechsel bleibt, führt das dann aber auch langfristig dazu, dass weniger Tryptophan da ist, weniger Melatonin oder Serotonin produziert wird und die Leute dann eigentlich nicht mehr schlafen? Ne, ist nicht wie eine Droge. Also wenn man jetzt Drogen genommen hat und plötzlich fällt man in so ein Loch. Es ist ein ganz normaler Regulationsmechanismus des Körpers und da sind eben bestimmte Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Und es passiert halt immer was im Körper, wenn wir Sport machen und dementsprechend kann es dann über solche zentral nervös gesteuerten Mechanismen einfach dazu kommen, dass am Ende das Nervensystem in so einen Erholungszustand erstmal switcht und dem Körper so sagen, du brauchst jetzt erstmal Pause. Deswegen fühlst du dich jetzt mal ein bisschen müder, also lege ich mich mal schlafen oder so. Würdest du sagen, gerade so dieser, nennen wir ihn jetzt mal diesen Ermüdungszustand, gibt es sowas wie Übertraining dann eigentlich oder ist Übertraining, also ich sage immer so ganz provokativ, ist aber auch sehr provokativ, ich sage immer Übertraining gibt es nicht, sondern es gibt eigentlich nur zu wenig Erholung. So klar hat der Tag trotzdem nur 24 Stunden, wenn ich jetzt 20 Stunden Sport machen würde, dann reichen 4 Stunden nicht, um mich zu erholen. Aber gerade wenn du dieses Beispiel mit dem Tryptophan, mit diesem, ich nenne es jetzt mal so Release und Müdigkeit und Stress und Bedürfnis für Erholung angesprochen hast, würdest du sagen, Übertraining gibt es? Also ich würde sagen, eine Form von Übertraining gibt es, weil wir sehen durchaus Sportler, die plötzlich so mittel- oder auch langfristig in so eine Art, auf gut Deutsch gesagt, Loch fallen. Und dann auch einfach längerfristig nicht die Leistung bringen, die sie vielleicht mal bringen konnten, die vielleicht auch plötzlich die Lust verloren verlieren am Sport treiben. Und das würde ja insbesondere solche Sportlerinnen und Sportler betreffen, die wirklich sehr, sehr viel trainieren und oder wettkämpfen. Nur das Problem ist halt, dass dieser Zustand des Übertrainings sehr, sehr kompliziert und komplex ist. Also Personen zeigen ganz unterschiedliche Symptome und dementsprechend ist es so schwierig, auch Übertraining erstmal zu diagnostizieren und einzuordnen. Und ich meine, du kennst das ja sicherlich auch gut als Arzt, dass es bestimmte Krankheiten gibt, da kann ich jetzt nicht mitreden, die sehr, sehr kompliziert und multifaktoriell sind, wo es einfach schwierig ist, eine klare Diagnose zu stellen, wo man aber irgendwie sagen muss, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist etwas, da stimmt etwas nicht nur für einen Tag, sondern plötzlich für eine Woche oder mehrere Wochen. Also dieses Ausgebranntsein, ja klar. Gerade so bei Leistungsathleten kann ich mir das schon eher vorstellen. Ich denke, das ist so dieses Überdrängen, das ist so ganz oft auch so eine Ausrede. Das ist so wie in der Medizin, also jetzt bei Leistungssportlern vielleicht nicht, aber so bei den Orthonormalverbrauchern ist so ein bisschen wie in der Medizin so Genetik. Das ist immer so, ja, das ist genetisch und die anderen sagen, ja, ich bin überdrängig, ich muss jetzt weniger machen. Ich glaube, das ist so ein, also klar, das gibt es und das ist super schwer zu fassen wahrscheinlich, wie du es gerade auch schon angedeutet hast. Aber ich glaube, viele Leute nutzen das schon auch so ein bisschen als Ausrede, oder? Kannst du das nicht bestätigen? Kann ich nicht bestätigen, weil ich jetzt selber zum Glück, zum Glück auch noch nicht mit Sportlern zu tun hatte selber persönlich, die tatsächlich irgendwie an einem Übertraining gelitten haben. Aber man kann das auch vielleicht ein bisschen einfacher sehen und sagen, zum Beispiel ein Sportler oder eine Sportlerin, die plötzlich in einer intensiven Trainingsphase einen Ermüdungsbruch oder so hat, die man vielleicht hätte vermeiden können, indem man schneller registriert hätte, okay, vielleicht mach mal ein bisschen besser Pause, weil du bist schon gerade ziemlich belastet. Dass man sagen kann, sowas ist vielleicht auch eine Form von Übertraining. Und dementsprechend, glaube ich, muss es nicht immer eine Ausrede sein, aber es ist wirklich schwierig zu fassen, weil es so kompliziert ist. Und jeder Sportler oder Sportlerin, die tatsächlich mal in so einen längerfristigen Ermüdungszustand sich reintrainiert hat, da auch unterschiedliche Symptome zeigt. Ja, ich glaube, das hast du ein bisschen verstanden, was ich meinte. Also die Grundaussage nicht. Ich wollte gar nicht sagen, bei Leistungssportlern, das sind ja Leute, die richtig gerne Sport machen. Also das ist ja eigentlich so ein Ausfall für einen Leistungssportler, ist ja ein Desaster, so ehrlicherweise. Also wenn der einen Ermüdungsbruch hat, das ist ja so, mein Gott, ich kann jetzt nichts machen. Ich glaube, gerade so bei Leistungssportlern, wir haben ja auch einige in der Praxis, klar kann natürlich so Ermüdungsbrüche und so, kann auch wieder Vitamin D ein Problem sein und alles Mögliche. Aber natürlich, ich meine das so gerade auf den Breitensport bezogen, dass Leute da das dann so ein bisschen vorschieben und sagen, nee, ich will nicht ins Übertraining geraten. Bei Leistungssportlern glaube ich tatsächlich, das ist wahrscheinlich die einzige Gruppe Mensch, die wirklich ins Übertraining kommen kann. Die, die das aber gar nicht zugeben würden, weil das ja bedeuten würde, sie müssten aufhören, Sport zu machen eigentlich und dann weniger machen. Ja, würde ich auch so sagen. Also im Freizeitsport ist es unwahrscheinlich. Aber man muss auch sagen, es gibt auch sehr ambitionierte Freizeitsportler, wenn ich mal an Triathleten denke, die 40 Stunden die Woche arbeiten und dann trotzdem auch noch 20, 25 Stunden die Woche trainieren in Extremfällen. Aber da ist es genau das Gleiche, was du jetzt gerade gesagt hast. Das sind eigentlich solche Leute, die das nicht sich eingestehen, weil die so intrinsisch motiviert sind. Deswegen würde ich es im Freizeitsport nicht als Ausrede zählen lassen. Das sehe ich auch so. Im Freizeit oder im Leistungssport? Im Freizeitsport nicht. Im Leistungssport, genau. Also im Leistungssport sehe ich es so wie du. Also da ist es eher die Gefahr, dass vielleicht jemand, natürlich Leistungssportler sind in der Regel sehr, sehr motiviert. Sonst wird man nicht so verrückt und macht das auf so einem Niveau. Und da ist es tatsächlich eher auch, dass das Betreuerteam dann aufpasst, dass da vielleicht nicht zu lange zu hart trainiert wird und dass eben ein gutes Regenerationsmanagement auch gemacht wird. Ist das was, was heutzutage häufig gemacht wird, so Regenerationsmanagement, gerade so im Leistungssport, also wo wirklich darauf geachtet wird? Ja, mittlerweile ja. Also im absoluten Leistungs- und Spitzensport zählt das dazu. Es ist sogar manchmal so, dass es mittlerweile, ich meine in Deutschland ist es so, dass viel Geld natürlich im Fußball steckt. Das heißt, die haben auch Geld, um vielleicht auch das Personal anzustellen. Und da ist es manchmal sogar so, dass nur eine Person für das Monitoring und die Belastungs- und Erholungsmessung verantwortlich ist und das dann tagtäglich dem Trainerteam auch rückmeldet. Und das ist schon so, dass insbesondere im Leistungssport da sich schon auch viele Gedanken zugemacht wird. Jetzt hast du einen super Punkt angesprochen gerade, nämlich Monitoring. Das steht auf meiner Liste hier nämlich auch ganz oben drauf und ich trage hier auch so ein schönes Armband. Und die Grundfrage wäre jetzt erstmal so, was vom Prinzip her für Werte oder auch für Bereiche, was würdest du monitoren, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen schauen, ob Regeneration vielleicht notwendig ist, ob sie besser oder schlechter ist als sonst. Welche Parameter würdest du da für Regeneration heranziehen? Die erste Frage, die eigentlich auch immer kommt, was ist der beste Parameter? Gibt es einen Parameter, mit dem wir alles messen können? Und häufig wird darauf geantwortet, das kommt nicht von mir, wir werden irgendwann zu Mars fliegen, aber wir werden nicht mit einem Parameter Ermüdung im Sport messen können, weil es eben so multifaktoriell ist und auch schwierig greifbar. Und ganz allgemein kann man es aufteilen, also was wir häufig messen, ist natürlich in irgendeiner Form die Leistungsfähigkeit, weil das haben wir auch vorhin gesagt, das ist unser wichtigstes Außenkriterium. Wenn die Leistungsfähigkeit abnimmt, dann können wir auch davon ausgehen, dass die Person ermüdet ist. Wie misst du die? Also sportartspezifisch dann wahrscheinlich, oder? Genau, also das ist auch wieder, also ich meine, jemand, der viel Kraftsport macht, der wird direkt merken im Training, er ist irgendwie müder, er bewegt nicht so viel Gewicht wie einen Tag vorher. Das heißt, da ergibt sich das relativ gut durch die Trainingsleistung. Es gibt andere Sportarten, das ist komplizierter, also wenn man mal an die Sportspiele denkt, was heißt sportspielspezifische Leistungsfähigkeit, die können wir schlecht abbilden. Also brauchen wir irgendwelche Tests, die dann irgendwie repräsentativ so ein bisschen die Leistungsfähigkeit widerspiegeln. Das können zum Beispiel Sprungkrafttests sein, einfache geschwindigkeitsbasierte Krafttests, submaximale Ausdauertests. Also solche Tests, die nicht sehr aufwendig sind, also das geht weg von so einer Leistungsdiagnostik, die ja manchmal sehr aufwendig ist und zeitintensiv. Also einfache, simple, leistungsdiagnostische Tests, die schnell durchführbar sind, die nicht mit der Ermüdung interferieren, also die nicht noch zusätzlich ermüdend sind. Und wo man relativ gut abgreifen kann, jetzt bin ich schon ganz schön eingebrochen mit der Leistung in diesem Test, also sollte ich vielleicht Pause machen. Oder sogar, ich sehe, ich verbessere mich, ich super kompensiere und habe sozusagen auch noch eine Rückmeldung, dass Training funktioniert. Was würdest du denn außerhalb von Tests, also wir haben jetzt gerade diese Wearables, du Apple Watch, ich whoop hier an, ich normalerweise auch noch eine Apple Watch an, aber heute nicht. Wie stehst du so zum Thema HRV-Messung? Also im Fachjargon würde man so sagen, vegetative Statusdiagnostik. Die HRV-Messung ist durchaus beliebt. Ich würde sagen, im Freizeitsport und zum Teil auch im Leistungssport eher ungeeignet in den meisten Settings, weil sie eine sehr, sehr hohe methodische Standardisierung braucht, die häufig nicht realisierbar ist und es wird dann auch schnell unpraktikabel. Was meinst du jetzt genau mit Vorstandardisierung? Ja, um die HRV zum Beispiel zu messen, nehmen wir mal die Ruhe-HRV, morgens nach dem Aufstehen, dann müssen wir wirklich das sehr, sehr standardisiert machen. Also am besten, Wecker klingelt, wir stehen auf, gehen aufs WC, legen uns wieder hin, messen. Wenn dann die Freundin aber in den Raum kommt und anfängt uns voll zu quatschen oder der Freund, dann ist die ganze Messung schon für den A auf gut Deutsch gesagt. Also wir brauchen einen wirklich hohen Standardisierungsgrad und das ist schwierig zu realisieren häufig. Und wir sehen aber auch, dass wenn es jetzt darum geht, so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie tickt so mein zentrales Nervensystem, weil das bildet die HRV ja ganz gut ab oder so Herzfrequenz basierte Parameter, dann funktioniert auch die ganz einfache Ruhe-Herzfrequenz ganz gut. Also wenn wir wirklich sehr, sehr ermüdet sind, sieht man auch manchmal, wenn sich so ein Infekt anbahnt, dann nimmt plötzlich die Ruhe-Herzfrequenz zu. Oder wenn wir sehr erholt sind vielleicht, nimmt die Ruhe-Herzfrequenz ab oder wenn wir zum Beispiel im Ausdauersport so einen Trainingseffekt sehen, sehen wir das manchmal auch im Sinne einer Veränderung der Ruhe-Herzfrequenz, dass die niedriger wird. Und das ist weniger aufwendig zu messen, braucht auch eine gewisse Standardisierung. Also auch die Ruhe-Herzfrequenz kann zunehmen, wenn ich vollgequatscht werde. Aber das ist einfacher zu messen und durchaus sinnvoll. In bestimmten Settings, wenn wir davon sprechen, dass sich jemand gut damit auskennt mit der HRV und sich sicher ist, dass er das in standardisierten Settings messen kann, dann kann es vielleicht einen gewissen Zusatzbenefit geben. Aber ich würde sagen, in den meisten Settings ist das nicht erforderlich. Das heißt, du würdest auch sagen, dass so Wearables und so für HRV-Messungen eigentlich nicht hundertprozentig geeignet sind? Nein, die Wearables sind gut für die HRV-Messungen. Die können die auch mittlerweile sehr gut messen, aber die Rahmenbedingungen müssen eben stimmen. Weil das Wearable oder das Tool kann ja noch so gut sein, wenn ich eben dann doch nicht da ruhig liege, sondern da bei Fernsehen gucke oder mich die ganze Zeit bewegen, dann bringt es mir auch nichts. Also ich würde sagen, die Wearables, wenn es jetzt darum geht, vielleicht so ein paar Herzfrequenzparameter zu messen, sind schon super. Haben noch Entwicklungspotenzial. Also toll wird es, wenn irgendwann ganz viel automatisch gemessen wird und dann KI-basiert, gibt es eine automatische Entscheidungsfindung, die wirklich valide ist. Davon sind wir bisher noch weit von entfernt, auch wenn das einige Produkte für sich in Anspruch nehmen, dass sie das können. Das ist eher nicht so. Irgendwann wird das sicher funktionieren. Also deswegen, ich freue mich darauf, was die Wearables in Zukunft noch so leisten können. Ja, also ich muss zugeben, ich bin ein super HLV-Fan. Zumindest war ich das bis vor drei Monaten. Also grundsätzlich finde ich es immer noch super. Aber ich habe für ein längeres und größeres YouTube-Video, was wir über HLV gemacht haben, bin ich mal so recht tief in die Datenlage eingestiegen. Und habe eigentlich gemerkt, dass wir gar nicht so viele Daten haben. Zumindest, wenn wir uns das so gesundheitlich anschauen, also man muss ja so differenzieren, so zwischen Gesundheit und einmal so diesem Leistungsthema eigentlich oder dem Leistungssport. Klar, so fürs Thema Readiness und so für Sportler sicher ein ganz gutes Tool. Fürs Thema Gesundheit ist es de facto aber nicht so aussagekräftig, zumindest mit den Daten, die wir bis jetzt haben. Das heißt eigentlich alle HRV-Werte, die so über 27 sind, da ist dann 30 nicht besser als 27 und 80 auch nicht besser als 30. So alles, was unter 27 ist, ist tatsächlich für chronische Erkrankungen, Bluthochdruck und so schon eine Sache, die nicht optimal ist. Aber das hat mich tatsächlich sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen, als ich da so eingestiegen bin und mir das angeschaut habe. Weil ich messe das mit dem Whoop jetzt hier seit vier Jahren. Ich habe auch Aura probiert, ich habe auch die Apple Watch. Apple Watch ist ja so, wenn man sich so die Vergleiche anschaut, eigentlich das, was von der Hardware und Co. die validesten Daten abgibt. Zumindest das, was ich jetzt kenne. Berichtige mich da gerne, wenn du das anders siehst. Aber ich finde, und das hast du gerade ja auch schon angesprochen, dieses Wie ist das Essentielle? Und ich finde gerade, wenn man aus so Wearables oder auch HRV-Messungen und Co. was lernen möchte, und das war einer der wichtigsten Gründe, warum ich Whoop zum Beispiel so gut finde, dass man quasi da so eine Art Tagebuch hat, die man jeden Morgen ausfüllt. Und dann kriegst du am Ende der Woche oder am Ende des Monats so eine Auswertung, wo du siehst, du hast am Tag davor gelesen, du warst in der Kältetonne, du hast das und das gemacht und deine HRV war die nächsten Tage statistisch gesehen so und so verändert und so und so. Das heißt, du siehst theoretisch langfristige Verläufe und du siehst auch, was ist gut für dich. Weil ich denke, ich sage bewusst, ich denke, die meisten Leute tragen so ein Wearable, gucken da mal drauf und sehen irgendwie, HRV ist gut oder auch nicht, ist rot oder grün, was natürlich auch ein hohes Gefahrenpotenzial in sich birgt. Und ich kenne das selber, man steht auf, denkt so, wow, super Tag, guckt dann auf die Werte und merkt so, doch nicht so gut scheinbar der Tag. Und das ist, ich muss schon sagen so, ich finde, das ergibt wirklich alles nur Sinn, wenn man die Sachen auswerten kann, wenn man weiß, was man mit diesen Sachen dann anfängt und vor allem, wenn man dann auch Sachen ändert, um zu gucken, wie sich die Werte verbessern. Also ich denke, ganz viele kennen das ja auch, die vielleicht jetzt nicht nur eine Apple Watch tragen, vielleicht auch eine Polaruhr oder eine Garmin, die ja dann teilweise auch Rückmeldungen geben. Heute bist du ziemlich ermüdet, heute bist du topfit und manchmal kommt das auch überraschend, weil man sich gar nicht so fühlt. Und deswegen muss man so ein bisschen aufpassen. Ich bin aktuell noch der Meinung, dass alle Produkte, die ja auch so ein bisschen eine Blackbox darstellen, zum Beispiel die Apple Watch, die zwar spannend ist, aber auch eine Blackbox darstellen, ich kann leider die Daten mir nicht auf den Computer ziehen und mal selber in Excel auswerten, immer noch so ein bisschen problematisch sind und zwar, was die Entscheidungsfindung angeht. Und Herzfrequenz oder auch HRV ist so ein schönes Beispiel, weil am Ende im Sport müssen wir zu einer Entscheidung kommen. Sind wir ermüdet oder nicht? Können wir so weiter trainieren wie bislang oder nicht? Brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Pause? Und da von bestimmten Grenzwerten zu sprechen, du hast jetzt gerade die HRV angesprochen von 27 oder so, da wissen wir ja gar nicht genau auf Einzelfall bezogen, was bedeutet denn jetzt eine relevante Veränderung? Also von 27 auf 30 ist gefährlich oder von 27 auf 33 und das wissen auch die Uhren nicht. Das heißt, im besten Fall brauchen wir ja immer so eine innovative Baseline, um einschätzen zu können, wann ist denn jetzt eine Veränderung in einem Parameter praxisrelevant? Und das ist wirklich tricky und schwierig und braucht viel Erfahrung. Und deswegen ist es manchmal einfacher, einfach nur die Ruheherzfrequenz zu nehmen und an einem Tag habe ich 60, am anderen 55 und das mal über einen längeren Zeitraum zu messen, um dann ein Gefühl zu kriegen, auch okay, in welchen Momenten habe ich denn viel trainiert und wie stark hat sich da die Ruheherzfrequenz nach oben oder unten verändert, um dann irgendwann auch zu wissen, okay, eine Ruheherzfrequenz von fünf Schlägen, eine Veränderung von fünf Schlägen, das ist für mich eine praxisrelevante Veränderung und jetzt muss ich was tun. Aber eine Veränderung von ein, zwei, drei Schlägen, das ist ganz normal, weil wir sowieso immer eine normale biologische Schwankung haben. Und ja, das ist nicht so einfach und die Uhren aktuell, die gaukeln das ja immer noch vor, dass das einfach wäre. Wir legen die Uhr an und die sagt uns, wann wir ermüdet sind und wann nicht. Und wir haben das durchaus auch mal mit unterschiedlichen Wearables überprüft und das ist nicht möglich. Das ist tatsächlich eher noch Pseudowissenschaft. Und die Wearables aus meiner Sicht sind hilfreich, um so ein bisschen Gefühl zu kriegen, wie reagiert mein Körper. Ich habe so ein bisschen einen objektiven Parameter, aber im besten Fall habe ich auch ein Wearable, wo ich mir die Daten auch mal selber in Excel runterladen kann und ein bisschen selber analysieren kann. Ja, es gibt, musst du dir mal anschauen, es gibt einen super spannenden YouTube-Kanal, The Quantified Scientist heißt der, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein biologisches oder irgendwie, ich glaube es ist ein Biologe oder irgendwie so ähnlich und der vergleicht alle möglichen Wearables mit einem EEG und macht das dann anhand von verschiedenen Graphen und zeigt, wie die Sachen übereinstimmen, wie die verschiedenen Schlafphasen und REM und COVID übereinstimmen. Der sagt aber auch ganz am Ende, dass diese Scores, die am Ende rauskommen, halt noch sehr variabel sind und man wirklich teilweise unterschiedlich auch bei Übereinstimmungen von REM, Schlaf und Co. teilweise nicht Übereinstimmungen von fast 40% hat, je nach Wearable. Aber deswegen meinte ich eben, die Apple Watch scheint mit das Beste sein, weil die tatsächlich recht weit oben auftaucht. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Fitbit zum Beispiel auch recht weit oben ist. Also so Whoop, Ura, Apple Watch und Fitbit sind so die, die sich ständig an der Spitze da oben rumtreiben. Garmin ist natürlich wahrscheinlich immer noch so das, was für den Athleten, ich sage jetzt mal so den Triathleten, den Läufer und Co. am besten ist, soll aber scheinbar für dieses Thema Recovery halt nicht gut sein. Aber ich glaube tatsächlich auch wie du, das ist noch so ein Riesenthema, wo wir irgendwie überhaupt nicht wissen. Ich finde es trotzdem spannend und ich messe das seit vier Jahren durchgehen. Aber auch ich muss sagen, je länger ich das mache, ich kann für mich so rausfinden, was für mich super gut funktioniert, wie ich besser schlafe und Co. dabei hilft mir das deutlich. Aber ich gucke mir das halt auch jeden Tag dann an wirklich und sage dann, okay, ich habe gestern das gemacht und das gemacht und jetzt hat sich so entwickelt und jetzt so. Und ja, es ist so ein bisschen, wie du sagst, wie so eine Blattbox noch irgendwie. Ja, also dementsprechend ist es ja auch, wenn man jetzt mal die HRV nimmt, häufig auch so überraschend für die Einzelperson, weil sie sich dann eben doch gut fühlt und die Uhr einem sagt, ja mach lieber Pause und es kann auch mal andersherum sein. Und es ist eben einfach so, weil auch die HRV oder Herzfrequenz basierte Parameter eben auch immer nur eine Ebene der Ermüdung abbilden, insbesondere die zentralnervöse Ermüdung. Und wenn man dann einen Gewichtheber fragt, der ständig tierischen Muskelkater hat und Muskelschmerzen und deswegen ermüdet ist, dann bildet das nicht unbedingt die Herzfrequenz oder die HRV ab. Da brauchen wir halt einen anderen Parameter. Und deswegen, ich meine, ich trage selber eine Apple Watch und finde das auch spannend und bin auch so ein bisschen Quantify-Yourself-Anhänger und das ist ja auch spannend, das so ein bisschen zu sehen, aber man darf sich auch nicht zu sehr abhängig davon machen und blind vertrauen, was dann da so ein Wearable einem sagt. Ja, absolut. Ich würde sagen, lass uns mal so ein bisschen in diese einzelnen Tools einsteigen, die so mit dem Thema Recovery, Regeneration und Co. zusammenhängen. Und das Erste und das ist, glaube ich, also würde ich jetzt schätzen von den Sachen, die ich rausgesucht habe, so ein bisschen mit das Tool wahrscheinlich, was am meisten Mythen beinhaltet oder du wirst mich gleich eines Besseren belehren, das ist nämlich Dehnen bzw. Active Recovery durch Dehnen jetzt in dem Fall. Was sagt so die momentane, die aktuelle Datenlage, wenn wir uns das Thema jetzt erstmal, bevor wir noch auf Dehnen eingehen, so auf Active Recovery eingehen, was ist eigentlich besser? Wir haben gerade eben auch so über dieses Stress, zentral nervöse Thema gesprochen. Was ist denn besser, eigentlich gar nichts zu machen und sich aufs Sofa zu legen? Die meisten Leute denken, ja, Fernsehgucken ist Erholung, ist es ja nicht, aber wirklich nichts zu machen oder sich einer aktiven Erholung zu bedienen, wie zum Beispiel dem Dehnen. Also zuallererst, jetzt geht es ja schon so ein bisschen in die Richtung auch der Bewertung von einzelnen Maßnahmen und denen ist ja durchaus auch im Volksmund bekannt vielleicht als Regenerationsmaßnahme. Und zuallererst, wenn wir die Wirksamkeit einer Maßnahme beurteilen, dann würden wir jetzt wieder dieses Außenkriterium heranziehen. Ist die Maßnahme in der Lage, die Leistungsfähigkeit schneller wiederherzustellen? Und dann im nächsten Schritt kann man immer noch überlegen, ist die Maßnahme vielleicht auch auf unterschiedlichen Ebenen der Ermüdung in der Lage, Muskelkater schneller zu heilen oder mich zu entspannen oder wie auch immer. Und denen ist eine der Verfahren, die im regenerativen Kontext sehr schlecht untersucht ist, weil auch, und das wäre jetzt die nächste Ebene, die wir auch berücksichtigen, ist wenig Wirkungstheorien gibt. Also zu jeder Maßnahme gibt es Wirkungstheorien. Es gibt Wirkungseffekte. Also einerseits die Theorie, wie sie es vielleicht funktionieren kann. Dann messen wir bestimmte Effekte. Das hat dann aber nur indirekt was mit diesen Wirkungstheorien zu tun, weil quasi echte physiologische Effekte oder so zu messen, ist immer schwierig. Es ist immer einfacher, von außen mal drauf zu gucken, wie ist der Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Das war ja sozusagen der Effekt. Und dann sehen wir meinetwegen, dass eine Maßnahme einen Einfluss hat. Aber wie genau ist dann manchmal noch eine Blackbox, außer wir gucken wirklich drauf. Und das ist insgesamt wenig erfolgt. Und warum sage ich das ja? Deshalb, weil eben zu denen wenig Wirkungstheorien bestehen und deswegen bisher auch wenige Studien im Kontext Regeneration. Es gibt einige wenige Studien, die nachgewiesen haben, dass es durch Dehnen, wenn ich zum Beispiel nach einer Trainingseinheit in einem gewissen zeitlichen Abstand sanft nachdehne, dass es zu so Desaktivierungsprozessen kommt, zu einer Parasympathikusaktivierung. Wir fühlen uns so ein bisschen entspannt. Das Wort passt ganz gut im Kontext von Dehnen. Aber das ist nicht wirklich nachhaltig. Also das verpufft dann auch relativ schnell wieder. Heißt also, Dehnen hat, wenn wir mal nur dieses Außenkriterium Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit nehmen, keinen Einfluss auf die Regeneration. Aber man könnte sagen, wenn wir jetzt in einem Zustand sind, kurz vorm Schlafen gehen oder so, wir wollen uns so ein bisschen entspannen, dann kann Dehnen durchaus helfen, in so einen Entspannungszustand zu kommen. Ich denke, alle, die schon mal ein ordentliches und mit ordentlich meine ich vielleicht 20, 30 Minuten qualitativ hochwertiges Dehnprogramm gemacht haben, was jetzt nicht extrem schmerzhaft sein muss, sondern ein sanftes Nachdehn, die fühlen sich danach irgendwie schon so ganz gut, ein bisschen entspannt, relaxed. Und das kann ja zum Beispiel helfen, um vielleicht abends besser einen Schlaf zu finden. Aber wenn es das nur um das harte Kriterium Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit angeht, da gibt es bislang keine Effekte, aber auch nicht so wirklich die Wirkungstheorie. Auf der anderen Seite gibt es auch ja diese Theorie, oder nee, das ist eigentlich weniger eine Theorie, sondern ein Mythos, dass Dehn zum Beispiel vor dem Training vor Muskelkater schützt. Auch dafür gibt es keinerlei Evidenz und auch nicht wirklich eine Wirkungstheorie, warum Dehn tatsächlich vor Muskelkater schützen sollte. Also tut es nicht. Wir brauchen nicht vor dem Training Dehnen. Es hilft uns nicht, mehr oder weniger Muskelkater zu haben. Wie gesagt, der einzige Effekt, dieser Entspannungseffekt vielleicht. Würde es nicht sogar nach dem Training den Muskelkater verschlimmern, weil man die Muskulatur ja deutlich mehr auseinanderreißt eigentlich? Wenn ich intensiv dehne nach einem Training, kann es sein, dass ich mehr Muskelkater habe. Das ist so tatsächlich. Also wenn ich jetzt wirklich ein Krafttraining zum Beispiel gemacht habe und Angst habe vor zu viel Muskelkater und eigentlich nicht so viel Muskelkater haben will, dann sollte ich danach nicht noch extrem dehnen. Hat jetzt zwar nichts mit Regeneration zu tun, aber ich wette, dass diese Frage aufkommen wird. Und hilft denn denen dabei beweglicher zu bleiben oder irgendwie, ich traue es mich gar nicht zu formulieren, aber dass die Muskeln länger werden? Also die werden ja nicht länger, aber gibt es da irgendwas, was da dran ist wissenschaftlich? Ja, also Muskeln werden erstmal nicht länger. Es gibt tatsächlich im Tiermodell Studien, die gezeigt haben, dass Muskeln auch länger werden. Aber Tiermodelle muss man immer sehen, da werden Dinge gemacht, die sind ethisch nicht vertretbar, wenn man die mit dem Menschen macht. Da werden dann extreme Gelenkpositionen gehalten über Tage und Wochen hinweg. Also das kann man im menschlichen Modell aus ethischen Gründen so nicht machen und ist ja auch gar nicht aus Praxissicht interessant. Also durch übliche Dehnprogramme wird der Muskel nicht länger. Wir haben aber einen Effekt, also es gibt einen einzigen Effekt von regelmäßigen Beweglichkeitstraining. Wir werden beweglicher. Also das kann man schon so auch durch Studien ganz klar nachweisen. Aber das Thema Dehn, ja es ist ein spannendes Thema, den ich ganz persönlich würde den allermeisten Personen sagen, Dehn steht ganz ganz hinten in der Prioritätsliste. Wir wissen mittlerweile auch aus sehr vielen guten Untersuchungen, dass auch ein ordentlich durchgeführtes Krafttraining die Beweglichkeit steigert. Und ordentlich meine ich, dass zum Beispiel ein Krafttraining über den gesamten Gelenkwinkel durchgeführt wird, beweglichkeitsfördernd ist. Und wir natürlich alle anderen positiven Effekte des Krafttrainings haben, die wir durch das Beweglichkeitstraining nicht haben. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass Krafttraining im gleichen Maße die Beweglichkeit steigert wie ein Dehnprogramm mit allen anderen zusätzlichen Effekten. Also in den meisten Settings können wir uns eigentlich ein Beweglichkeitstraining sparen, aber für viele ist es halt ein bisschen einfacher als pumpen zu gehen. Das ist dann manchmal ein bisschen komplizierter. Und weniger anstrengend. Und weniger anstrengend, genau. Der Aufforderungscharakter ist ein anderer. Aber ich bin aktuell durchaus der Meinung, dass wir eher versuchen sollten, mehr Krafttraining zu machen als Beweglichkeitstraining. Du hast jetzt, ich habe eben von denen geredet, du nennst es jetzt Beweglichkeitstraining. Wo fällt da so Mobility oder Mobilitätstraining rein? Ist das auch Beweglichkeitstraining? Weil es ja, also unter meinem Verständnis hätte ich jetzt gesagt, das ist Beweglichkeitstraining. Den hätte ich jetzt da nicht eingeordnet, aber kann natürlich sein, dass man das in der Wissenschaft so tut. Und wo wird so Mobility oder Mobilitätstraining, wo würdest du das einordnen? Ja, ist so ein bisschen ein Spiel mit Anglizismen auch, weil das dann so zu einer begriffsungenauig kommt. Man muss das jetzt auch nicht definieren so richtig. Also Beweglichkeit wäre vielleicht einfach die Fähigkeit, beweglich zu sein. Im Englischen vielleicht am ehesten als Flexibility bezeichnet. Dehnen, insbesondere statisches Dehnen, wäre im Englischen sozusagen das Stretching. Und Mobility ist am ehesten so die aktive Beweglichkeit. Also aktiv in eine bestimmte Gelenkwinkelstellung zu kommen, das muss gar nicht eine extreme Gelenkwinkelstellung zu sein. Und wir können uns ja auch durchaus aktiv dehnen. Also wenn man jetzt mal einen Ausfallschritt macht oder so, das wäre durchaus eine Form des aktiven Dehns. Und das wäre am ehesten Mobility. Aber alles fällt unter dem Bereich Beweglichkeit und vielleicht mit dem Ziel eben der Beweglichkeitssteigerung. Und sowohl Mobility-Übungen, wenn wir es im Deutschen als aktives Dehnen bezeichnen würden, hat einen Einfluss auf langfristig auf die Beweglichkeit als auch Dehnen oder Stretching. Ja, weil davon bin ich nämlich ein großer Fan von Mobility oder aktivem Beweglichkeitstraining. Ich glaube, die meisten Leute verwechseln das auch immer. Das eine aktiv ist, das andere ist passiv oder zumindest meistens. Ist aber tatsächlich was, wo ich rein subjektiv sagen würde, dass das schon, aber sind wir ja realistisch, ein Mobilitätstraining ist ja auch eine tiefe Kniebeuge, ist ja auch ein loaded Mobility-Training quasi. Also theoretisch kannst du ja dich nicht bewegen, ohne nicht Mobilitäts- oder Beweglichkeitstraining zu machen. Nur wenn es nicht in der Full-Roam ist, dann machst du ja quasi auch Mobilitätstraining, aber halt nicht in der vollen Beweglichkeit so. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Das heißt, so halbe Kniebeugen und auch so halbe Schulterdrücken nur und so. Das sind ja eigentlich keine Sachen, die so für Beweglichkeit und Co. eigentlich Sinn ergeben. Aber würdest du das unterteilen, würdest du sagen, man sollte schon so Mobilitätstraining machen, wenn man wirklich Krafttraining macht oder braucht man das dann gerade? Ich würde sagen, es ist ein bisschen abhängig, aber in allererster Linie ist das Krafttraining zu priorisieren. Das ist das Wichtigste, aber ich stimme dir zu. Wenn ich eine Kniebeuge mache, dann ist das auch eine Form von Mobility-Training. Bis hin zu loaded Mobility, wenn ich richtig auflade. Und wenn ich in der Kniebeuge beweglicher werden will, dann kann ich Kniebeuge machen. Und natürlich kann ich sagen, okay, ich kann jetzt nicht unendlich viele Sätze Kniebeuge machen, also mache ich zusätzlich noch Mobility-Übungen, um bestimmte Dinge, die vielleicht, sei es jetzt eine Einschränkung der Beweglichkeit im Sprunggelenk, vielleicht nochmal zusätzlich zu bearbeiten. Weil das ist ja das Schöne, auch wenn ich jetzt gesagt habe, erstmal ist Krafttraining das Wichtigste und auch Krafttraining führt zu einer Steigerung der Beweglichkeit. Krafttraining kann ich nicht unendlich viel machen, weil das schon sehr anstrengend ist. Aber im Bereich Mobility kann ich auch einen sehr hohen Trainingsumfang realisieren, ohne dass ich total ermüdet bin. Und deswegen kann man durchaus sagen, hey, ich mache mein Krafttraining und weil ich in bestimmten Bereichen noch Einschränkungen habe, wo ich noch besser werden will, ergänze ich dann zum Beispiel die Kniebeuge mit entsprechenden Mobility-Exercises. Wenn wir nochmal so ganz ursprünglich zu dieser ganz anfänglichen Frage zurückkommen, was würdest du bevorzugen, für Erholung wirklich nichts zu machen oder das Ganze auch mal so zu machen, dass man so ein bisschen aktiver bewegt hat, wie du es gerade mit diesem subjektiven, positiven Parasympathikus-Gefühl beim Dehnen zum Beispiel genannt hast? Also häufig verstehen wir ja unter aktiver Erholung oder aktive Regeneration eine sanfte körperliche Aktivität. Das kann ein lockeres Joggen sein oder ein bisschen Schwimmen gehen oder ein bisschen Radeln oder aufs Ruderergometer oder auch sanftes Krafttraining. Und auch da, wenn wir jetzt wieder dieses Kriterium nehmen, kann aktive Erholung die Leistungsfähigkeit schneller wiederherstellen. Am Folgetag zum Beispiel, dann gibt es da keine Effekte. Also eine aktive Erholung kann die Leistungsfähigkeit nicht schneller wiederherstellen als eine passive Regeneration. Aber wir sehen ab und zu, dass eine aktive Erholung sozusagen ein zusätzlicher Trainingsstimulus ist. Das heißt, auch das führt zu Trainingseffekten. Das heißt, man könnte sagen, aktive Regeneration ist eine Möglichkeit, das Training fortzuführen bei bestehender Ermüdung, einen relevanten Trainingsreiz zu setzen, ohne aber zu einer zusätzlichen Ermüdungsaufstockung zu kommen. So kann man es sehen. Und dementsprechend gibt es durchaus Settings, wo das vielleicht angemessen ist. Aber wenn wir jetzt mal an den Kaderverbund denken und sagen, okay, die Fußballmannschaft muss am Sonntag nach dem Spiel, müssen alle antanzen und einen Regenerationslauf machen, damit ihr schneller regeneriert, dann wäre das nicht so wirklich der richtige Grund. Vielleicht hat der Trainer im Hinterkopf, ja, ich weiß, die regenerieren jetzt nicht schneller, aber das ist nochmal ein relevanter Trainingsreiz. Das ist okay, aber es wird nicht die Regeneration tatsächlich beschleunigen. Aber es gibt andere Settings und das ist jetzt auch spannend. Wir haben ja ganz unterschiedliche Applikationszeitpunkten von Regenerationsmaßnahmen. Meistens denken wir daran, wir haben eine intensive Trainingseinheit und danach machen wir Regeneration, damit wir am nächsten Tag fitter sind. Aber es gibt ja auch zum Beispiel das Szenario, nehmen wir mal Schwimmsport. Mehrere Heats, mehrere Finalläufe an einem Tag. Ich erinnere mich immer an Michael Phelps bei Olympia, der in mehreren Finals an einem Tag geschwommen ist und teilweise nur mit 30 Minuten Pause dazwischen. Und der hat damals sich ausgeschwommen im Springerbecken zwischen seinen Finalläufen, um zum Beispiel Blutlaktatkonzentration runterzubringen. Das wissen wir, das geht schneller durch aktive Erholung. Also es gibt schon Settings, wo das sinnvoll ist. Man kann auch sagen, Fußballer, 15 Minuten Halbzeitpause, warum 15 Minuten nur in der Kabine sitzen? Da geht es dann so ein bisschen runter mit der Leistung. Warum nicht ein 5-minütiges Re-Warm-Up vor Anstoß? Dann könnte man sagen, das ist ja auch eine Form der aktiven Erholung. Oder ich habe Muskelkater, weiß, ich muss jetzt aber heute nochmal die letzte Trainingseinheit ins Ziel bringen. Also mache ich ein ordentliches Warm-Up und körperliche Aktivität führt immer auch zu einer Schmerzlinderung erstmal kurzfristig. Also könnte man sagen, jedes Warm-Up ist auch eine Form der aktiven Erholung. Also es ist immer eine Frage der Perspektive und des Settings und des Applikationszeitpunkts. Aber um zum Ursprünglichen zu kommen, wenn es jetzt wirklich darum geht, aktive Erholung nach einer intensiven Einheit, damit ich am nächsten Tag fitter bin, da sehen wir keine Wirksamkeit. Spannend. Hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, aber es ist vielleicht auch einfach subjektiv oft. Dass man dann das Gefühl hat, ich fühle mich jetzt besser, ich kann dann vielleicht auch besser schlafen oder so. Aber klar, wenn man dann nichts sieht. Was würdest du sagen, wenn wir so ein bisschen in diesem Active Recovery Bereich bleiben? Und das ist ein, glaube ich, ganz spannendes Thema und ich formuliere das jetzt mal ganz, ganz hart. Form-Rolling ist komplett sinnlos. So, ist das was, was haltbar ist? Du hast ja hier 2019 eine schöne Meta-Analyse mit publiziert. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was ihr da gemacht habt. Was da vor allem für das Thema Leistung, aber auch für das Thema Regeneration rauskam. Du hast gesagt, schöne Meta-Analyse. Ja, danke dafür. Man muss so ein bisschen selbstkritisch sein. Im Kontext Form-Rolling zum Beispiel ist es so, dass sehr, sehr viele Studien eine schlechte Studienqualität haben. Und eine Meta-Analyse kann nur so gut sein wie die Studien. Deswegen bin ich da schon selbstkritisch, dass man so ein bisschen vorsichtig mit sein muss, auch mit den Aussagen, was die Wirksamkeit angeht. Aber du hast recht, es gibt mittlerweile einige Studien und wir würden Form-Rolling erstmal prinzipiell in sogenanntes Post-Rolling einordnen. Also das Rollen unmittelbar vor dem Sporttreiben. Sorry, Pre-Rolling. Ja, ich wollte gerade sagen Post-Rolling danach. Also Pre-Rolling vor dem Training, Post-Rolling danach, wenn man sagt, ich will jetzt irgendwie schneller regenerieren. Wir sehen einen guten Effekt von Pre-Rolling auf die Beweglichkeitsleistung. Und der plausibelste Wirkmechanismus, der dahinter steckt, ist ein ganz simpler eigentlich, nämlich ein neurologischer. Form-Rolling tut weh und sobald wir uns Schmerz zuführen, hemmt das Schmerz. Zumindest mal kurzfristig für eine halbe Stunde oder Stunde, weil sich die Schmerzsensitivität herabsetzt. Das ist sozusagen ein neurologischer Effekt. Und weil dann eben kurzfristig die Schmerzsensitivität herabgesetzt ist, tolerieren wir einen höheren Dehnschmerz, sind beweglicher. Und jetzt muss man sich überlegen, ist das jetzt für mich relevant in meinem Setting? Brauche ich jetzt kurzfristig eine bessere Beweglichkeitsleistung? Aber das gleiche Beispiel, was wir eben mit aktiver Erholung hatten. Also wenn jetzt jemand mit starkem Muskelkater in die letzte Trainingseinheit des Trainingslagers startet und sagt, die will ich jetzt aber nochmal packen und ein bisschen besseres Körpergefühl haben, dann kann er natürlich vorher ein bisschen rollen, hat er weniger Muskelkater und startet mit ein bisschen besserem Körpergefühl in die Einheit. Wir sehen aber nicht wirklich überzeugende Effekte auf die Leistungsfähigkeit. Das Foamrolling die Leistungsfähigkeit kurzfristig erhöht, sei es jetzt die Kraftleistung, die Ausdauerleistung oder die Sprintleistung. Da ist es eher wichtiger, einen insgesamt mehr Komponenten-Warm-Up durchzuführen, ein gutes Warm-Up. Das hat dann natürlich positiven Einfluss auf die Leistung. Wir haben gerade eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber geredet. Ich will den Namen jetzt auch gar nicht nennen. Es gibt ja so eine Firma, die so mit sehr pseudowissenschaftlichen Sachen ihre eigenen Form-Roller und Co. herstellt, die ja unglaublich erfolgreich damit sind. Was glaubst du, woran liegt das? Sind das die Ergebnisse, die ihr erzielen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber was ist das? Also warum kommt das bei den Menschen so gut an, eine Rolle zu nehmen, sich da drauf zu legen? Du hast gerade schon gesagt, diesen Schmerz zu ertragen. Warum sind die damit so erfolgreich? Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so ein Problem in unserer Sport- und Fitnessszene, dass wir häufig konfrontiert sind mit Pseudowissenschaft. Und eine Ursache von Pseudowissenschaft sind Placebo-Effekte. Und wir sehen im Bereich der Regenationsmaßnahmen häufig, dass wir auf subjektiver Ebene gute Effekte haben. Also sei es jetzt eben eine kurzfristige Schmerzlinderung. Und wenn man jetzt Schmerzpatienten nimmt, aber eben auch Sportler, die auch ständig Schmerz haben, nämlich Muskelkater und so weiter, dann wird natürlich jede Maßnahme, die irgendwie kurzfristig zu einer Schmerzlinderung führt, positiv wahrgenommen werden. Und dann gibt es diese Erfahrungsberichte der einzelnen Personen. Und in jedem Bereich, wo wir eben viele Placebo-Effekte sehen, sei es jetzt eben Formrolling, sei es Homöopathie und so weiter, lässt sich so etwas pseudowissenschaftlich dann sehr gut vermitteln oder kommunizieren. Und dann werden diese Einzelfälle von Personen, die sagen, ja, ich habe mich einfach besser gefühlt, sozusagen als valides, als validen Wirksamkeitsnachweis herangezogen. Aber wenn man dann mal näher guckt und die echten physiologischen Effekte versucht zu messen, dann wird es dann schnell mau. Würdest du denn sagen, das ist fahrlässig oder gefährlich langfristig, weil die Leute fühlen sich ja trotzdem besser? In unserem Bereich zum Glück nicht so sehr. In unserem meine ich jetzt mit Regeneration, weil wir zumindest sehen, dass in den meisten Fällen die Regenationsmaßnahmen zumindest auf keiner Ebene irgendwelche negativen Auswirkungen haben. Es gibt einige Ausnahmen, da kommen wir später aber sicherlich auch nochmal drauf, wenn es jetzt um diese Interferenz zwischen Regeneration und Adaptation geht. Aber in den meisten Fällen haben wir keine schädlichen oder sogar tödlichen Effekte. Das heißt, da kann man erst mal sagen, hey, wir haben eine Maßnahme, die hat einen Placebo-Effekt, du fühlst dich besser, dann mach es ruhig, weil es dir auch nicht schaden wird. Es gibt natürlich andere Bereiche, insbesondere in der Medizin, das weißt du dann besser, wo ein Placebo-Effekt nicht unbedingt ausreicht, weil es auch vielleicht trotz eines Placebo-Effekts schädlich sein kann, weil man eigentlich besser noch was anderes machen müsste. Das haben wir nicht, deswegen haben wir da so eine gewisse Freiheit und könnte sagen, wir versuchen auch ganz bewusst einen Placebo-Effekt auszunutzen. Nur es ist natürlich immer kritisch, wenn der Placebo-Effekt auch aus marktwirtschaftlichen Gründen extrem ausgenutzt wird und als alleiniger Wirksamkeitsnachweis herangezogen wird. Ich muss gestehen, also ich finde immer so, dieses Pseudowissenschaft, ich finde das ein ganz spannendes Thema tatsächlich so an sich einfach, jetzt gar nicht nur in dem Kontext, weil es ist irgendwo, also klar, wenn man das jetzt so macht wie diese Firma, dann ist das natürlich kompletter Quatsch. Also ich stöße mir schon böse auf, wenn jemand von Muskelverkürzungen spricht, dann merke ich schon immer so, also verkürzt ja nicht, hatten wir eben schon mal, kannst ja mal einen Muskel nebendran ziehen, der wird auch nicht länger so. Und also doch Muskeln verkürzen, aber halt nur, wenn sie sich anspannen, ja theoretisch. Und ich muss gestehen, es gibt ja so diese Wissenschaft auf der einen Seite, aber ich finde, man muss schon so ein bisschen so eine Offenheit haben, auch einen Schritt weiter zu gehen, weil es gibt ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen, wir haben noch keine Wissenschaft zu etwas, weil es gab immer den Moment, wo wir noch nie Wissenschaft zu irgendetwas hatten, aber es gibt halt auch so diese zwei Schritte, die man dann zu weit und zu viel geht, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel, wo man eigentlich weiß, dass es diesen Effekt nicht hat und dann ist das wieder ein Problem, dann ist das was ganz anderes. Aber ich rede zum Beispiel auch oft über Probleme, ich nenne es jetzt gar nicht Erkrankungen, weil es eben keine richtigen Erkrankungen sind, die wir in der Praxis aber sehen, die wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen sind, zumindest nicht so in diesem Konsens, es aber trotzdem seinen Stellenwert irgendwo hat. Das ist aber eben was ganz anderes als dieses Pseudowissenschaftliche, wo man sich eben irgendwie ein gutes Gefühl nimmt und das gute Gefühl dann verkauft und dann jeder das macht und irgendwie, ja, vielleicht so ein bisschen sogar darauf reinfällt, könnte man ja sogar irgendwie sagen. Ich finde sowas ist immer super schwierig, aber ich denke, dass ganz viele Leute das überhaupt nicht auseinanderhalten können, weil ganz viele werfen mir auch Pseudowissenschaft vor, weil ich dann diesen Schritt weitergehe und sage, also sie nennen das dann nicht so, aber regen sich dann emotional extrem drüber auf und Co. Und ich sage immer so, hey, Leute, wir gehen einen Schritt weiter, wir nutzen die wissenschaftliche Basis und schauen, welche Dinge wir in der Praxis aber sehen, versuchen die in den Griff zu bekommen und ja, es gibt noch keine 35-Meter-Analysen dazu jetzt in dem Kontext vielleicht. Aber sonst kommen wir ja auch nicht weiter. Ja, und klar, man muss auch erstmal eine Studie mit Dingen machen, von denen man noch nicht weiß, dass es studienmäßig nachgewiesen ist. Aber das ist halt was anderes als dieses Pseudowissenschaftliche von der Firma, von der wir jetzt gerade gesprochen haben. Und du sprichst was Spannendes an, genau dieses Paradoxon, was wir auch in der Wissenschaft haben. Einerseits wollen wir ja innovativ sein und uns entwickeln. Das heißt, wir müssen neue Dinge ausprobieren. Andererseits müssen wir aber auch kritisch sein und Dinge reflektieren und kritisch hinterfragen. Und das ist ja eine Art Paradoxon. Und mir ist es nur wichtig, dass wenn man über bestimmte Dinge spricht, dass man ehrlich ist. Und man kann auf jeden Fall und man muss auch neue Dinge ausprobieren, weil sonst geht es natürlich nicht voran. Aber man darf dann eben nicht Desinformationen oder sogar Lügen verbreiten und zum Beispiel dann für eine Methode, die man macht oder wie auch immer in Anspruch nehmen. Dafür gibt es super viele Studien, obwohl es sie nicht gibt, um sie besser zu verkaufen. Sondern man kann ja auch sagen, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Viele Patientinnen und Patienten haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir wissen aber noch nicht genau, wie es wirkt. Und es gibt auch noch nicht so viele Studien. Aber häufig wird eben das dann nicht gemacht. Dann gibt es eben meinetwegen positive Erfahrungsberichte für eine neue Methode, was ja auch in Ordnung ist. Aber man muss dann auch so ehrlich sein und zu sagen, okay, aber wir wissen eben noch nicht so richtig, wie es vielleicht wirkt. Ja, absolut. Also dieses ehrlich sein und offen sein sollte man damit immer umgehen. Ich finde es aber super wichtig, auch mit anderen Leuten darüber zu reden. Tatsächlich ist das aber ein so emotional beladenes Thema für die meisten Menschen, die dich dann auch gar nicht kontaktieren und mit dir gar nicht in den Austausch gehen, sondern direkt irgendwo öffentlich über einen herziehen oder so. Und diese Firma zum Beispiel habe ich schon mehrfach versucht zu kontaktieren und in den Disput mit denen zu gehen. Aber es kommt halt de facto gar nichts dazu. Klar, wahrscheinlich auch wegen deren Reichweite und Co. Aber das ist, ich finde sowas, Wissenschaft ist halt was Rationales eigentlich. Und das sollte nicht emotional diskutiert werden. Weil wie wollen wir über ein rationales Thema emotional diskutieren? Das ist ja komplett zum Scheitern verurteilt. Und das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn, ehrlicherweise. Oder wie stehst du dazu? Ja, sehe ich auch so. Also ich meine, als Wissenschaftler sollte man ja auch entsprechenden ethischen Vorstellungen, der Wissenschaftsethik folgen. Und dazu gehört natürlich Ehrlichkeit, auch Transparenz. Und dementsprechend muss man klar unterscheiden zwischen so marktwirtschaftlichen Interessen, die ja eine der Hauptursachen sind für Pseudowissenschaft und Desinformation. Und andererseits aber natürlich auch diesen Gedanken, ja, aber wir wollen ja auch Innovation. Wir wollen ja auch was Neues. Aber eben nicht zu jedem Preis. Und ich muss natürlich sagen, ich habe eine luxuriöse Position, weil ich an einer Universität beziehungsweise Hochschule bin und frei von Interessenskonflikten bin. Aber natürlich sollen und wollen Menschen ja auch Geld verdienen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber es darf halt nicht auf Kosten zum Beispiel von Sportlern und Sportlerinnen sein, auf Kundinnen und Kundinnen sein, sondern man sollte eine gewisse Ehrlichkeit immer bewahren. Ja, absolut. Wenn wir jetzt nochmal so zu diesem Sportler-Thema versuchen zurückzukommen. Es gibt ja auch noch so andere viele passive Maßnahmen. Man kennt das vielleicht auch so aus Filmen oder auch von sportlichen Wettkämpfen. So eine Fußballmannschaft hat irgendwie immer so ihren Physiotherapeuten dabei, der so zwischendurch die Leute mal so ein bisschen manuell triggert oder an speziellen Punkten drückt oder die vielleicht auch plakativ einfach massiert. Wie ist denn die wissenschaftliche Datenlage dazu? Hat das einen wirklichen Effekt, der nachweisbar ist oder ist das auch eher wieder so was Subjektives? Ja, wir sehen keinen klaren Effekt auf die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit. Das schon mal wieder vorweg. Das war ja unser wichtigstes Außenkriterium. Also Massage oder auch verschiedene physiotherapeutische Anwendungen für nicht zu einer schnelleren Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit, so die aktuelle Datenlage. Aber die Massage ist eben sehr beliebt und das hat natürlich einen Grund, weil wir da eben Effekte durchaus auf zentraler, nervöser Ebene sehen und auf Ebene des Wohlbefindens. Also es führt zu einem Entspannungseffekt. Es kann im Übrigen aber auch aktivierend sein, das ist immer eine Frage der Art der Massage. Aber wenn wir jetzt aus regenerativer Sicht sprechen, dann wirkt es sich positiv aus auf das Wohlbefinden. Es gibt einige Studien, die tatsächlich mal nachgewiesen haben, dass wir weniger Kreatinkinase haben im Blut. CK, das ist ein Muskelenzym, was vor allen Dingen im Blut auch häufiger nachweisbar ist, wenn wir starke Muskelkater haben, beziehungsweise Muskeldestruktion. Aber das ist nicht überzeugend. Und es ist auch nicht so richtig überzeugend aus einer physiologischen Perspektive, inwieweit da Massage tatsächlich zu einer schnelleren Muskelheilung führen soll. Es gibt zwar so einzelne Theorien, aber diese Theorien wurden nie direkt beobachtet. Das heißt, Messung von CK wäre nur eine Messung des Effekts. Warum jetzt vielleicht da CK ein bisschen geringer war, wissen wir nicht, weil wir nicht in den Muskel geguckt haben, weil es auch schwierig ist zu messen. Und deswegen muss man bei Massage so ein bisschen zurückhaltend sein, wenn man darüber diskutiert, hat Massage tatsächlich echte physiologische Effekte. Aktuell zeigt die Datenlage, dass wir das nicht bestätigen können. Und dementsprechend Massage auch nicht die Leistungsfähigkeit schneller wiederherstellt. Aber wir haben eben diese enormen Effekte aufs Wohlbefinden, auf ein gutes Körpergefühl. Und weil Massage nicht schädlich ist, würde ich sagen, kann man weiterhin machen, wenn es einem gut tut. Wäre es dann, wenn ich es hart formulieren würde, tatsächlich nicht sogar so ein bisschen ausnutzen wieder, wie wir das gerade eben schon gesagt haben, weil realistisch betrachtet, ich kenne es ja von anderen Ärzten, die dann Physiotherapie und Fangopackung und weiß ich nicht was ständig verschreiben, das ist ja meistens entweder eine passive Beweglichkeit, die dann da trainiert wird. Und das sind ganz oft irgendwelche Trigger, Massagen. Und dann haben die Leute zehn Stunden, die fühlen sich dann vielleicht gut, aber so einen richtigen, wenn es keinen richtigen Effekt bringt, warum wird mit den Leuten nicht trainiert einfach? Warum werden die Leute nicht mal bewegt? Also hart formuliert, vielleicht sind ja 10.000 Schritte zu gehen schon sinnvoller, als sich eine Stunde massieren zu lassen in dem Kontext, oder? Kann durchaus sein. Ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich natürlich mich wenig mit Physiotherapie und Massage im therapeutischen Kontext auseinandergesetzt habe, sondern hauptsächlich ja im regenerativen Kontext. Und deswegen die Stellungnahme von gerade, die bezieht sich auf diesen regenerativen Kontext. Aber als Trainingswissenschaftler und als jemand, der zumindest, ich glaube ich, einigermaßen einen guten Überblick hat über Dinge, über Trainingsmaßnahmen, die vielleicht auch eine therapeutische Wirksamkeit haben, dann bin ich schon auch davon überzeugt, dass Bewegung sehr, sehr wichtig ist und auf jeden Fall einen hohen Stellenwert einnimmt vor passiven Verfahren. Was würdest du sagen, so, wir haben das jetzt gerade für Sportler gesagt, das gilt dann logischerweise auch für den Durchschnittsmenschen, für den Alltagsathleten nicht jetzt mal, oder? Ja. Okay, wunderbar. Ein Thema tatsächlich, über das ich in den letzten Monaten oder auch Jahren sehr viel gesprochen habe und was, glaube ich, so eins meiner persönlichen Highlights, würde ich es mal nennen, der letzten Jahre gewesen ist, ist so das Thema Kälte. Also das ist ja das, was die meisten Menschen einfach mit dem Kranksein verbinden. De facto ist das ja nicht so, dass wir krank werden, weil wir uns in einer gewissen Kälte befinden. Klar, wenn man daran nicht adaptiert und nicht gewöhnt ist und so. Aber vielleicht kannst du es mal ganz kurz so in dieses Thema Kälte mit einführen. Was hat das für einen Benefit für das Thema Regeneration oder hat es den überhaupt? Ja, Kälte ist, würde ich sagen, eines der am weitesten verbreiteten, ist das überhaupt richtig, weitesten verbreiteten, gibt es das überhaupt? Ich glaube, es gibt es. Weitverbreiteten. Regenerationsintervention, abgesehen mal von Ernährung und Schlaf und vielleicht auch eine der bekanntesten. Nicht zuletzt durch Per Mertesacker, der damals gesagt hat, ich lege mich jetzt erst mal drei Tage in die Eistonne. Also Kälte ist verbreitet und beliebt. Wir können ganz unterschiedlich kühlen. Also der Klassiker ist natürlich das Eisbad. Aber wir können auch in die Eissauna, da ist ganz kalte Luft, oder Kühlpacks verwenden. Also es gibt unterschiedliche Settings im Sport. Auch ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Also es gibt zum Beispiel den Begriff des Pre- und Pair-Coolings. Da kühlen wir, um den Hitzestress zu reduzieren, wenn wir so Sport unter Hitzebedingungen zu machen. Oder wir springen eben in die Eistonne nach einem Training, um schneller zu regenerieren, also um unsere Leistungsfähigkeit schneller wiederherzustellen. Also diese unterschiedlichen Settings haben wir. Und Kälte ist sehr gut erforscht, würde ich sagen, auch im Kontext von Regeneration, ob es auch da noch viele Fragezeichen gibt und viele Dinge, die auch in Zukunft noch untersucht werden müssen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, da können wir uns auf jeden Fall gut so unterhalten. Ich muss, glaube ich, noch mal ganz kurz, weil das ist sowas, was die meisten Menschen wahrscheinlich wieder, die auch so in den Social-Medien-Geschichten unterwegs sind, kennt das so von den Crossfit-Games meistens, die irgendwie so zwei, drei harte Workouts am Tag machen. Die legen sich zwischen den Workouts dann in die Eistonne. Das ist ja dann nicht unbedingt was, was regenerativ wirkt, sondern also klar, irgendwo ja schon auch, aber vor allem Muskelkater entgegenwirkt, damit die dann im nächsten Workout wieder Vollgas geben können. Oder ist das anders? Berichtigen wir. Also bei den Crossfit-Games, glaube ich, auch immer sehr warm in den USA. Es kann auch sein, dass die dann zwischen so Wettkämpfen in die Eistonne gehen, um diesem Hitzestress so ein bisschen entgegenzuwirken, um schnell wieder auf eine normale Körperkerntemperatur runterzukommen. Das hat natürlich einen Einfluss, weil natürlich der Hitzestress eine extreme Belastung für das Herz-Kreislauf-System auch darstellt und das letztendlich sich auch dann beeinflusst oder einen Einfluss nimmt auf die Leistungsfähigkeit. Also das könnte ich mir vorstellen, warum es gemacht wird. Tatsächlich ist es so, dass wir eine ganz gute Datenlage haben, die zeigt, dass wenn wir sehr, sehr schnell nach einer Belastung, wo wir befürchten, vielleicht können da Muskelkater kommen, wenn wir es schon sehr, sehr schnell danach kühlen, dass dann der Muskelschaden so ein bisschen reduziert wird. Das muss nicht unbedingt sich beeinflussen am Ende auf die Leistungsfähigkeit, aber wir haben ein bisschen weniger Muskeldestruktion. Und wenn wir über Muskelkater und so weiter sprechen, dann sprechen wir in aller Regel als Auslöser von Muskeldestruktion oder im Englischen Muscle Damage, häufig eben ausgelöst durch einen mechanischen Reiz, das heißt irgendwie ein intensives Krafttraining oder ich laufe einen Berg runter, also immer dann, wenn Muskulatur kontrahiert und in die Länge gezogen wird. Und dieser Muskelschaden durchs Sport ist erstmal da. Den können wir auch durch die Kaltwasseremersion nicht mehr verhindern, weil der ist ja durch das Sporttreiben entstanden. Aber es gibt einen sogenannten Secondary Muscle Damage, der so in den Stunden nach der Belastung auftritt. Und wenn wir möglichst rasch kühlen nach einem Training, nach einem Wettkampf, dann kann es tatsächlich sein, wenn wir das gut machen, in der richtigen Kühlstrategie, dass dieser Secondary Muscle Damage deutlich geringer ausfällt und wir deshalb weniger Muskelschaden haben und die Muskulatur ein bisschen schneller wieder fit ist in den Tagen danach. Und das kann natürlich sein, dass die Crossfitter das auch aus dieser Motivation heraus machen. Also es war ein Wettkampf, ein Workout und danach gehe ich möglichst rasch in die Tonne, um eben nicht so viel Secondary Muscle Damage zu haben. Das ist ja jetzt bezogen auf Leistungssportler. Wie ist das so für den Alltagsathleten? Ist das da sinnvoll, Kälte direkt nach dem Training zu machen oder eher nicht? Weil die haben, das ist ja die Frage, haben die diesen Secondary Muscle Damage Effekt, haben die den überhaupt, wenn die gar nicht so hart trainieren? Die haben den schon. Also das ist auch im Freizeitsport auf jeden Fall da. Ich würde nur sagen, im Freizeitsport ist es sowieso häufig so, dass die Zeit, die ich habe, zwischen den Trainingseinheiten ausreicht, um zu regenerieren und ich häufig im Freizeitsport nicht die Rahmenbedingungen habe, um so zu kühlen, wie ich eigentlich kühlen müsste. Also man kann sich mal so als grobe Richtlinie sehen, wenn wir kühlen, dann muss die Temperatur der Muskulatur schon ordentlich runtergehen und zwar nicht der Haut, sondern der Muskulatur. Wir müssen also wirklich die Muskulatur versuchen runterzukriegen, was die Temperatur angeht und das schaffen wir zum Beispiel nicht, indem wir uns fünf Minuten unter die kalte Dusche stellen im Fitnessstudio, nachdem wir gepumpt haben. Und ich habe das ja auch durchaus, dass ich, wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin, unter die Dusche gehe, dann sehe ich wieder, dass die Dusche auf kalt gestellt ist. Da war wieder einer und hat sich kalt abgeduscht. Ich bin ein absoluter Warmduscher und das ist dann zwar vielleicht aus dieser Idee herausgeboren, ich mache jetzt hier ein kaltes Duschen für fünf Minuten, um mich besser zu regenerieren. Das führt vielleicht auch zu einem besseren Körpergefühl, aber das hat keinen Effekt auf echter physiologischer Ebene. Also da müssen wir schon richtig heavy kühlen. Das kann sein, dass das die Eistonne sein kann, aber wer hat das schon zur Verfügung im Freizeitsport regelmäßig? Also einerseits, glaube ich, aus praktikablen Gründen ist das nicht immer realisierbar und ich würde auch sagen, es ist nicht erforderlich im Freizeitsport. Wie stehst du sonst jetzt, wenn wir so ein bisschen von diesem direkt nach dem Training weggehen auf, dass man jetzt zum Beispiel sagt, morgens eiskalte Dusche, also Duschen oder Kältetherapie hat ja nicht nur was zu tun mit Regeneration oder diesem Secondary Muscle Damage Effekt, sondern ja auch mit ganz, ganz vielen anderen regenerativen Prozessen. Nicht unter anderem zum Beispiel, dass es die Konversion von dem Inaktiven ins aktive Schilddosenhormon fördern kann. Klar ist dann natürlich auch wieder die Frage, welches beziehungsweise, also welche Kältetherapie jetzt in dem Fall, in dem Beispiel ist es jetzt zum Beispiel nachgewiesen bei Eisschwimmen, auch nicht in der Tonne einfach liegen und das ist ja wieder was ganz anderes. Wie stehst du dazu, wenn man das als regenerative Maßnahme nutzt, um andere positive Faktoren, Stressresilienz und all sowas zu trainieren? Also ein Effekt, den wir ja immer auch bei der Kälte haben, ist Schmerzlinderung. Das heißt, wenn jetzt jemand bestimmte Schmerzen hat, kann man natürlich sagen, okay, Eis hilft für eine kurzfristige Erleichterung und wir sehen durchaus auch einen Einfluss auf das zentrale Nervensystem, also es führt zu einer Parasympathikusaktivierung, wenn wir mal im kalten Meer schwimmen waren, danach kommt dieses wohlige Gefühl, wir fühlen uns ganz gut. Also klar, kann man machen, wenn man jetzt mal sich so die Datenlage anguckt, Kälte oder Eisbäder im Meer werden ja häufig auch in Zusammenhang gebracht mit einem verbesserten Immunsystem, dass wir also widerstandsfähiger sind gegenüber Infekte oder so weiter. Da muss man sagen, da ist zumindest, was die Evidenz angeht, so, dass es nicht nachweisbar ist. Aktuell. Es gibt die Theorie und es gibt auch einige Studien, die in die eine oder andere Richtung zeigen, entweder immununterstützend oder zum Teil auch immunschädigend im Sinne von eher das Immunsystem schwächend. Also wir haben einerseits eine inkonsistente Datenlage und bisher viel zu wenig, um diese Anekdote, sage ich mal, oder diese vorwissenschaftliche Annahme zu bestätigen oder aber auch zu verwerfen. Ich finde es trotzdem spannend, weil ich bin auch so ganz tief in dieses Kältethema in den letzten Monaten eingestiegen und tatsächlich wäre das jetzt auch so mein Eindruck gewesen, dass wir es eigentlich gar nicht so genau wissen. Also klar, es gibt vereinzelte Studien, die das zeigen, dass Auswirkungen auf den TSH-Wert, auf die Schilddrüse, auch Immunsystem, TNF-Alpha und solche Sachen, ja, aber so genau wie lange, wie kalt, welche Bedingungen, das ist ja überhaupt nicht klar und ich finde es trotzdem spannend, dass eigentlich irgendwie jeder darüber redet, was für positive Effekte es hat und ich muss zum Beispiel sagen, also auf der einen Seite wissenschaftlich gesehen ist es nicht so ganz klar, ich würde aber selbst bei diesem Kontext, den wir momentan haben, das trotzdem empfehlen, weil es auch einen, meiner Ansicht nach, unglaublich großen psychologischen Effekt hat. So, wenn man eben so dieses, du hast eben gesagt, du bist ein Warmduscher, ich muss mich am Anfang auch immer so ein bisschen daran gewöhnen, das dann wieder zu machen. Ich war jetzt zum Beispiel im Januar bei Skifahren, da war ein Eisbad oder nicht ein Eisbad, sondern ein eingefrorener See vor der Türe im Hotel und wir sind da reingegangen und das ist ja wirklich, also jetzt nicht so, dass hätte ich das erste Mal gemacht, aber da war ein Grad das Wasser und das ist für die meisten Leute ja kaum aushaltbar, weil das so wehtut, wirklich ja am Anfang und da ist unter der kalten Dusche zu stehen bei 10 Grad ist ja wirklich dann noch warm, also es ist ja wirklich auch kalt so, aber es ist ja, also man braucht danach ja wirklich eine gewisse Zeit, um auch wieder überhaupt auf Temperaturen zu kommen, die meisten duschen sich dann ja auch wieder warm ab, was dann ja auch dem Effekt eigentlich wieder entgegenwirkt. Würdest du das trotzdem empfehlen, Kältetherapie und kalt duschen oder sagst du aufgrund dieser mangelnden Body of Evidence, dass wir im Moment noch gar nicht wissen, was und wie und wo, dass es eigentlich gar keinen Sinn hat? Ich würde das jetzt nicht ausdrücklich empfehlen, aber ich würde auch nicht von abraten. Also ich finde es toll, wenn ich an der Nordsee bin und die Menschen um 7 Uhr sehe, wie sie in die Nordsee springen und 100 Meter schwimmen und wieder rausgehen und dann zur Arbeit gehen. Ich glaube schon, dass denen das gut tut. Das hat einen Einfluss auf das Kreislaufsystem, auf den Stoffwechsel und so weiter. Das sind ja Dinge, die man vielleicht jetzt wissenschaftlich nicht immer ganz so gut auch abdecken kann, messbar machen kann. Aber es ist ja auch eine körperliche Aktivität, die ist ja immer gut. Deswegen würde ich auf gar keinen Fall davon abraten. Aber wenn ich es jetzt eben aus einer rein wissenschaftlichen Perspektive beurteilen müsste, dann würde ich sagen, kann ich es jetzt nicht empfehlen. Mach es, weil es wird dir da und da helfen, weil wir es einfach bisher noch nicht so richtig nachgewiesen haben. Und auch so ein bisschen aus regenerativer Sicht, also Kälte ist so ein schönes Beispiel, auch wieder, wo wir natürlich sehr viel gelernt haben aus Tiermodellen. Und da ist es aber wieder so, dass Tiere dann extrem gekühlt wurden, was dann mit Menschen gar nicht möglich ist aus ethischer Sicht. Und weil du ja eben so ein bisschen auch die Dosis angesprochen hast, was brauchen wir eigentlich? Und da es da ja auch noch super viele Fragezeichen sind, wie lange müssen wir dann eigentlich da rein? Wie lange musst du da in den Eissee, in den Bergen bei Eingrad eigentlich rein, damit das vielleicht irgendwie einen Effekt hat? Im Kontext von Regeneration ist es ganz spannend. Also wir wissen, wir brauchen nicht so lange zehn Minuten bei zehn bis 15 Grad, dann wirkt das deutlich schmerzlindernd. Wenn wir aber zum Beispiel sagen, wir wollen einen echten physiologischen Effekt auf diesen Muskelschaden, da ist eher so, je länger erst mal, desto besser in den Stunden danach. Aber keiner hält es sechs Stunden bei einem Grad oder auch selbst bei zehn Grad in der Eistonne nicht aus. Also da ist es zum Beispiel so, dass so Eispacks, die man länger Zeit so auf der Haut noch haben kann, vielleicht sogar eine Stunde oder zwei Stunden, dass die dann sogar einen größeren Effekt haben noch auf diesen Muskelschaden. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, was wollen wir eigentlich? Geht es jetzt nur um zum Beispiel Parasympathikus-Aktivierung oder Muskelschmerzlinderung? Dann reichen schon kürzere Applikationsdauern. Wollen wir so einen echten physiologischen Effekt? Da brauchen wir, glaube ich, mehr Dosis in den Stunden nach einer Belastung. Also ich kann aus Erfahrung sagen, sechseinhalb Minuten waren sehr lang schon, so vom Gefühl her. Und die ersten, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich würde schätzen, so die erste Minute tut echt wirklich weh. Da muss man sich wirklich zusammenreißen und auf die Atmung fokussieren. Kommen wir gleich aber nochmal drauf. Und so nach einer Minute ist es dann irgendwann entspannt, weil die Haut dann halt komplett betäubt ist und du das gar nicht mehr spürst richtig. Du merkst es dann erst, wenn du rausgehen willst und du merkst, dass du dich gar nicht mehr richtig bewegen kannst und wenn du dann wieder warm wirst langsam. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das eine Stunde machen würde, ich bin mir nicht so genau so sicher, wie gut es mir dann danach gehen würde. Weil ich muss schon sagen, also gerade jetzt in diesem expliziten Beispiel, ich habe das schon auch noch die drei, vier Stunden danach gemerkt. Also ich habe mich am Tag danach super gut gefühlt und ich habe auch super gut geschlafen, aber ich habe das schon echt drei, vier Stunden gemerkt. Also mir war schon so ein bisschen kalt die ganze Zeit so, zumindest im Vergleich zu den Tagen, wo es davor gewesen ist und ich habe das vier oder fünf Mal gemacht, aber nicht vier oder fünf Tage teinander, sondern immer mit Pause dazwischen, um eben zu gucken, wie fühle ich mich anders, was passiert und ich würde schon sagen, klar ist jetzt eine Case Study von mir, kann man jetzt natürlich nicht Wissenschaft nennen, aber ich würde schon sagen, dass ich mich wirklich drei, vier Stunden nach diesem Eisbad auch echt noch kalt gefühlt habe, so vom Grundtenor her einfach. Aber ja, ist ein Thema, was man machen kann, was man natürlich nicht machen muss, wie gesagt, wissenschaftlich. Vielleicht nur, dass das niemand missversteht, also natürlich eine Stunde bei einem Grad, das ist lebensgefährlich, das wird natürlich nicht empfohlen, selbst wenn das vielleicht irgendjemand aushält, aber eine Stunde bei einem Grad, das ist dann lebensgefährlich, das empfehlen wir natürlich nicht. Kennst du den in Norwegen, irgendwo Lofoten oder sowas? Ja und der schwimmt ja, klar das gefriert ja nicht, weil es ein bewegtes Gewässer ist quasi und der berichtet ja auch das gleiche, die Muskeln werden so starr und er kann sich kaum mehr bewegen und der geht dann nachher auch in den Rettungswagen lander, der schwimmt glaube ich 200 Meter oder irgendwie sowas und Bewegung und das meinte ich eben so, diese eine Studie, von der ich eben gesprochen habe, die ist halt beim Eisschwimmen gemacht worden und Schwimmen mit muskulärer Bewegung ist ja nochmal schlimmer, dann geht die Herzfrequenz hoch, durch Blutung geht hoch und Co, das geht dann ja deutlich schneller ja und das ist, also man merkt das auch so, wenn man in diesem See drin war, jeder der in diesen See reingegangen ist und so eine Welle mir entgegen gebracht hat, du hast direkt gespürt, dass da, boah nee, 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 nicht bewegen, nicht bewegen, ganz ruhig bleiben bitte. Ja, wenn du nicht bewegst, im Wasser bildet sich ja so eine warme Schicht so ein bisschen und dann fühlt es sich plötzlich nicht mehr so kalt an und sobald du losschwimmst, dann vermischen sich die warmen und kalten Schichten. Deswegen, wenn man jetzt in die Eistonne geht und sagt, ich will das jetzt wirklich richtig ausnutzen, dann sollte man sich auch in der Eistonne die ganze Zeit so ein bisschen bewegen, dass sich bloß keine warme Schicht in der Nähe der Haut bildet. Also dann auch schön hardcore mäßig direkt. Genau, ja. Gut, wenn wir noch so ein bisschen bei diesem Thema Kälte bleiben, man kennt das ja, wir haben gerade eben auch so über das vegetative Nervensystem geredet, so Sympathikus der Aktivierer, Parasympathikus das Relax-System quasi. Wie ist das, also man kennt das so und du kennst das sicher auch und die Leute, die schon mal mit Kältetherapie gearbeitet haben, ob jetzt unter der kalten Dusche oder direkt ins Eisbad, was natürlich noch mal extremer ist. So, die Luft bleibt einem erstmal kurz weg. Man merkt so, boah, das ist jetzt gerade so eine Stresssituation, das fängt an super weh zu tun und für mich war so ein ganz wichtiges Tool, um das durchzustehen, diese fünf Minuten, meine Atmung überhaupt. Ich habe mich wirklich nur auf meine Atmung konzentriert. Was würdest du sagen, so für das Thema Kältetherapie, gibt es da auch wissenschaftliche Daten über das Thema Atmung, was, was da Hand und Fuß hat? Also, es gibt so ein bisschen eine Empfehlung aus einer gesundheitlichen Sicht oder sage ich mal so eine Art Vorsichtsmaßnahme. Also, wenn wir ins kalte Wasser springen, kommt es ja auch zu so einem Nervenparadoxon. Einerseits feuert der Sympathikus durch den Kälteschock, andererseits aktiviert aber auch sich der Parasympathikus aufgrund der Lageänderung, des Lagewechsels, wenn wir plötzlich im Wasser sind. Und das kann zum Beispiel, da gibt es Berichte, dass das zu Arrhythmien führt. Und das ist natürlich dann ungünstig. Und wenn wir dann gleichzeitig auch noch so instinktiv über längere Zeit die Luft anhalten, dann kann das das auch noch fördern. Das zeigen einige Untersuchungen. Deswegen, ja, so wie du es eigentlich gemacht hast, versuchen auf eine normale, ruhige Atmung zu achten. Nicht die Luft anhalten, vielleicht jetzt aber auch nicht hektisch werden. Also, man sollte versuchen, ruhig zu atmen und da so ein bisschen gegen anzukämpfen, erstmal gegen diesen Reflex, die Luft anzuhalten. Das ist ja auch von der praktischen Seite her nur so 20, 30 Sekunden so. Ich habe dann so Boxatmung gemacht, also drei oder vier Sekunden. Drei Sekunden ein, drei Sekunden halten, drei Sekunden aus, drei Sekunden halten, drei Sekunden ein und so weiter und so fort. Das hat mir unglaublich geholfen. So, ich habe das beim ersten Mal am ersten Tag nicht gemacht, weil ich da auch zugeben muss, dass ich das beim ersten Mal gemacht habe, wenn ich an die Stelle in den See gegangen, wo so Luftblasen von unten in den See eingeführt wurden, damit der nicht gefriert an der Stelle und damit hatte ich natürlich die ganze Zeit Wasserbewegung an mir. Das habe ich aber erst am Tag danach gemerkt, dass irgendwas anders war jetzt und ich nicht 45 Sekunden durchgehalten habe, sondern fünfeinhalb Minuten habe gedacht, irgendwas stimmte ja nicht. Ich habe zuerst auf die Atmung geschoben, aber danach habe ich gemerkt, es waren die Blasen. Aber ich muss schon sagen, das Atemthema hat mir auch die Tage danach super geholfen, alleine wegen diesem Fokus, weil du fokussierst dich weniger auf diesen Schmerz, sondern darauf, dass du wirklich ein- und ausatmest und nicht einfach aufhörst zu atmen. Und wenn man sich so, egal ob das jetzt dem Hoff jetzt blödes Beispiel oder andere Leute, mir fällt jetzt kein anderer ein in dem Kontext, aber alle Leute, die dieses Eisbaden und Co. so propagieren, ob das jetzt wissenschaftlich ist oder nicht, sei es eingestellt, die meisten empfehlen ja sich wirklich extrem auf dieses Atemthema zu fokussieren. Aber du kennst jetzt auch keine wissenschaftlichen Daten dazu, oder? Ich kenne keine wissenschaftlichen Daten dazu, wie gesagt, außer dieser Hinweis nicht so sehr am Anfang zu lange die Luft anzuhalten, weil das häufig diese Arrhythmien begünstigt. Das ist jetzt wissenschaftlich, also da gibt es Daten zu. Ansonsten würde ich sagen, ja, Atemtechniken, das geht ja auch ein bisschen in Richtung Meditation und es ist ja schon ein krasser Moment da rein und du hast gesagt, eben das ist sehr schmerzhaft und man schafft es dann vielleicht, indem man sich auf die Atmung konzentriert, einfach diese Situation auch auszustehen sozusagen und dementsprechend würde ich schon sagen, klar, warum nicht und vor allen Dingen, weil es ja sowieso impliziert ist oder empfohlen wird, ruhig zu atmen und nicht zum Beispiel die Luft anzuhalten und man muss sich ja auch irgendwie darauf konzentrieren, weil jeder, der schon mal ins eiskalte Wasser gesprungen ist, der wird merken, erstmal bleibt die Luft weg und eigentlich will man erstmal nicht atmen und wenn man dann anfängt, sich darauf zu konzentrieren, ich muss aber jetzt atmen und versuche ruhig zu atmen, da hat man vielleicht den Kälteschock, den Kälteschmerz schon so ein bisschen vergessen, obwohl er noch da ist. Absolut und das würde ja auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern auch wenn man sich so auf dieses Ausatmen fokussiert, das wäre ja auch wieder eher so eine parasympathische Aktivierung, die ja auch vielleicht dabei unterstützt, dass dieser Sympathikotonus durch diesen Stresskreis wieder so ein bisschen runter geht, aber das kann jetzt auch eine subjektive Sache theoretisch sein, aber lange Expirationsphasen fördern ja, kann man ja bei HIV-Messungen sogar theoretisch nachweisen, dass man, da gibt es Leute, die super gestresst sind, die niedrige HIV haben und Co., ob das jetzt der beste Parameter, sei es mal dahingestellt, aber man kann ja durch lange Ausatmphasen theoretisch schauen, ob die HIV arretiert ist oder ob sie es nicht ist. Wenn sie nämlich durch den Atem anpassungsfähig ist, ist das ja etwas, wo wahrscheinlich Parasympathikus noch, ich sage jetzt mal, anpassungsfähiger ist, als wenn das nicht der Fall ist. Oder wie siehst du das? Ja. Ja, perfekt, okay, optimal. Wenn wir jetzt so von diesem Kältethema in das genau Gegenteil springen, also Wärme beziehungsweise im expliziten Beispiel jetzt auf Sauna gehen, wie ist denn da deine Meinung zu? Also, das ist ja so quasi neben der Kälte auch der Klassiker in der Regeneration. Wärme, in welcher Form auch immer. Du hast jetzt Sauna angesprochen, aber vielleicht auch die Warmwasser-Immersion oder es gibt auch andere Wärmeanwendungen noch und da ist es so, dass wir erstmal auch sagen müssen, worum geht es uns? Wenn wir Wärme wirklich wirksam nutzen wollen, dann brauchen wir da auch nicht eine hohe Hauttemperatur oder so, sondern wir müssen wirklich die Temperatur der Muskulatur irgendwie hochkriegen und das schaffen so häufig diese Klassiker wie Warmwasser-Immersion oder Sauna nicht im ausreichenden Maße. Da haben wir zwar dann eine sehr hohe Hauttemperatur danach, aber tief im Muskel drin passiert dann nicht ganz so viel und wir sprechen jetzt von wirklich einer Temperatur von 40 Grad oder sogar 41 Grad Muskeltemperatur und es gibt andere Maßnahmen wie zum Beispiel die Diathemie, also das ist so eine über Elektrowellen die Erwerbung der Muskulatur, da schaffen wir das durchaus und da können wir auch zum Teil zumindest mal mindestens im Tiermodell, teilweise aber auch an Menschen echte physiologische Effekte sehen, zum Beispiel hinsichtlich Reparaturprozesse der Muskulatur. Aber wir haben natürlich durchaus auch wieder Effekte auf Schmerz, auf Ödem-Bildung, auf Steifigkeit und so weiter. Wir sehen ja zum Beispiel bei Muskelkater, Muskeldestruktion auch eine gewisse Muskelsteifigkeit, weil natürlich die Muskulatur so ein bisschen anschwillt durch die ganzen Prozesse, die da stattfinden. Wir haben Flüssigkeitseinlagerung etc. und Wärme hilft natürlich, dass wir wieder so ein bisschen flexibler uns fühlen, hilft durchaus auch bei der Schmerzlinderung und kann deshalb auch wiederum subjektiv durchaus eine Rolle spielen. Aber die Untersuchungen zeigen, wenn es jetzt um echte physiologische Effekte geht oder um die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit, dann haben diese Klassiker Sauna oder das Warmwasserbad oder auch die heiße Dusche keinen relevanten Effekt. Was dann aber noch weniger Effekt hätte, wäre so dieses Warm-Kalt direkt nacheinander, oder? Also das heißt, in die Sauna zu gehen und dann in so ein, also kennt man ja aus diesen ganzen Saunaparadiesen und Co., geht in die Sauna und dann springen die Leute in so ein eiskaltes Becken für vier Sekunden und gehen dann wieder raus. Das hat dann ja sogar noch weniger Effekt, oder nicht? Wir springen ja schon weniger, viel weniger geht ja schon gar nicht mehr, aber ich würde sagen, genauso wenig Effekte. Zumindest, was jetzt so echte physiologische Regenerationseffekte angeht. Natürlich gibt diese Kontrastwassertherapie, hat ja auch so eine Idee dahinter, diese Drainagewirkung, dieser Wechsel von Blutflusssteigerung, Blutflussminderung, Blutverschiebung in die Peripherie, zurück zum Zentrum. Und da gibt es zwar plausible Wirktheorien, aber bisher ist das auch nicht so richtig haltbar nachgewiesen, muss man sagen. Und dementsprechend würde ich sagen, aus einer rein regenerativen Perspektive kann es sein, wenn wir Wärmepacks oder so benutzen oder eine bestimmte Maßnahme, sei es jetzt so eine Elektrotherapie, wo wir über einen längeren Zeitraum es schaffen, den Muskel wirklich zu erwärmen, dass das Einfluss haben kann auf Heilungsprozesse. Das wurde mindestens mal am Tiermodell gezeigt. Aber ansonsten Maßnahmen, wie gesagt, wie Sauna, wo wir vor allen Dingen eher einen hohen Anstieg, kurzfristigen Anstieg der Hauttemperatur haben, weniger der tiefen Muskulatur, da ist es eher auch wieder dieser subjektive Effekt. Was würdest du schätzen, wenn man jetzt nicht so auf regenerative Prozesse geht? Theoretisch ist es ja oder praktisch ja auch, dass wenn man in die Sauna geht, die Herzfrequenz geht hoch und bleibt ja meistens auch ein bisschen erhöht. Hat das denn einen nennenswerten kardiovaskulären wie so eine Art Trainingseffekt sogar vielleicht? Ja, also wir sehen oder es gibt durchaus Studien, die gezeigt haben, dass regelmäßiges Saunieren einen Einfluss auf bestimmte Anpassungsmechanismen hat und das sehen wir nicht nur im Kontext Ausdauer zum Beispiel, sondern auch zum Beispiel im Kontext Kraft. Das heißt, wir sehen beispielsweise, dass bestimmte Signalwege, Signalkaskaden, die am Ende zum Beispiel eine Muskelhypertrophie auslösen, dass die getriggert werden durch diese Hitze, durch diese Hitzeanwendung in der Sauna zum Beispiel. Und das ist hier spezifisch von M-Thor oder? Ja, ganz genau. Von M-Thor und das, was dann so folgt. Also M-Thor wird hochreguliert und entsprechend dann führt das am Ende zur Hypertrophie. Die genauen Kaskaden, da weiß man immer noch nicht so genau, was passiert da alles so zwischen M-Thor und am Ende der Hypertrophie, aber man sieht eben, dass es eine Wirksamkeit haben kann. Ich würde sagen, die Studien, die es bisher gibt, da muss jetzt nicht jeder, der viel Kraftsport macht, sagen, okay, ich muss jetzt auch noch in die Sauna rennen, damit es noch mehr wird, weil der Effekt wird nicht so groß sein. Also wichtiger für den Muskelaufbau ist gutes Krafttraining. Aber in bestimmten Adressatengruppen kann das eine Relevanz haben. Also zum Beispiel bei älteren Personen, wenn es um Sarkopenie geht, die ja sowieso ein Risiko haben für Muskelschwund und vielleicht auch einfach nicht mehr so mobil sind, auch nicht mehr die Möglichkeit haben, viel Krafttraining zu machen. Warum nicht zwei, dreimal die Woche im Rentenalter in die Sauna gehen, um dem Muskelschwund so ein bisschen entgegenzuwirken? Weil wir eben auch Studien haben, die gezeigt haben, dass nur das Saunieren selbst Atrophie entgegenwirken kann und teilweise eben sogar in Kombination mit Krafttraining die Hypertrophie nochmal bestärkt. Aber auch da muss man sagen, die Studienlage ist sicherlich nicht ausreichend, um da final das so zu sagen, dass es wirklich den riesigen Effekt hat. Aber wir haben eben gute Hinweise darauf, dass es in die Richtung wirken kann. Jetzt ein ganz anderes Thema, wo wir gerade so in dieser MTOR-Kaskade drin sind. Wie stehst du so zu einer Aktivierung von MTOR über einen längeren Zeitraum? Da kenne ich mich zu schlecht aus auf diesem molekularer Ebene. Also ich meine, MTOR wird ja sowieso immer stimuliert natürlich durch Krafttraining und so weiter. Du spielst wahrscheinlich so auf andere Maßnahmen an, sei es auch zum Beispiel durch bestimmte Nahrungssupplemente oder so. Ja, allein schon durch Proteine zum Beispiel. Ja, also wir wissen zumindest aus Studien, wenn es jetzt nur um eine Aminosäure-Supplementation geht, dass häufig diese MTOR-Stimulation, dass es da so einen Deckeneffekt gibt, dass wir das nicht endlos weit stimulieren können. Und das lässt sich auch ganz gut dann auf die Ernährung umspielen. Das heißt, wir brauchen ein gewisses Maß an Eiweiß beispielsweise in der Ernährung. Wenn zu wenig da ist, wäre das nicht so gut. Dann ist halt die Protein-Biosynthese auch nicht so. Was ist zu wenig? Also die aktuell würde ich sagen, zu wenig ist, wenn man im Sport als Sportler weniger als 1,5 bis 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag ungefähr zu sich nimmt. Das ist jetzt mal eine ganz grobe Faustregel. Lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig. Aber da gibt es ja diesen Deckeneffekt. Und dementsprechend gibt es durchaus gute Daten, die zeigen, wenn wir zu wenig Eiweiß zu uns nehmen, dann ist auch die Protein-Biosynthese reduziert. Und dementsprechend Muskelreparaturprozesse vielleicht auch nicht optimal unterstützt. Aber je mehr heißt nicht, desto schneller regenerieren wir. Also da sind wir jetzt ja schneller auch im Bereich Ernährung. Wenn wir eben wie gesagt eine ausreichende Proteinzufuhr haben, dann über die Ernährung, da müssen wir nicht unbedingt supplementieren. Aber viele haben das auch nicht. Also dann macht es vielleicht Sinn zu supplementieren. Ja, ich würde das definitiv auch für einen Gesundheitsfaktor empfehlen. Also Protein generell zu essen ist ja super, super wichtig. Aber ich kam da jetzt gerade drauf, weil es gibt viele neue Daten, gerade so was diese MTOR-Aktivierung angeht. Und ich würde behaupten oder ich glaube, dass ein Großteil dieser Daten völlig falsch interpretiert oder verstanden wird, weil es geht in dieser Datenlage, geht es darum, wenn es ums Thema Longevity, Langlebigkeit und Co. geht, was wir ja irgendwie alle wollen, also lange Leben, aber halt gut lange Leben, nicht einfach nur lange Leben, sondern halt eben hohe Lebensqualität, dass eine erhöhte Aktivität von MTOR langfristig, das ist zumindest das, was die Leute dann darunter verstehen, wenn sie es halt falsch verstehen, dazu führen, dass es da die Alterungsprozesse fördert. Das Ding ist aber, und das ist zumindest das, was ich daraus lese oder daraus verstehe, ja, natürlich kann es das kurzfristig, definitiv, aber das wäre so, als würde ich sagen, Sport wäre schlecht, wenn ich mir die kurzfristigen Folgen von Sport angucke, dann würde man jetzt auch denken, langfristig ist das total schlecht, Erhöhung der Herzfrequenz und all solche Sachen, was mit der Insulinsensitivität, dann würde man erst mal denken, oh mein Gott, das machen wir bitte nicht mehr und es gibt halt keine Langzeitdaten dazu, sondern es gibt halt diese Kurzzeitdaten und die zeigen, dass es einen Alterungsprozess fördern kann, jetzt das, was du gerade gesagt hast, wirkt dem ja langfristig zum Beispiel wieder entgegen und das ist was, was dann, glaube ich, ganz oft falsch verstanden wird und was ganz oft in so öffentlich-rechtlichen Medien dann auch gesagt wird, man sollte, und ich kam da jetzt drauf, weil das war letzte Woche, dass ein Professor gesagt hat, dass man weniger Protein essen soll, weil man würde dann früher sterben und diese Studie gibt es natürlich so nicht, aber das ist dann das, was dann aus der Datenlage irgendwie dann rein interpretiert gemacht wird und ich finde sowas super fahrlässig, wenn sowas so formuliert wird, weil jeder, der das jetzt sieht, der nicht vom Fach ist, der überhaupt nicht weiß, wie man eine Studie liest, der denkt, ein Blogbeitrag ist eine Studie irgendwie, die denken ja jetzt, Proteine sind schlecht und darf man nicht mehr zu sich nehmen und sollte man nicht mehr essen und ich kam da jetzt gerade drauf, weil wir bei diesem MTOR Pathway gelandet sind, aber mir fällt tatsächlich jetzt, wo wir gerade über dieses Thema sind, noch was ein zum Thema Kälte und zwar, es gab 2021 eine Studie, wo gezeigt wurde, dass Kälte nach dem Training oder nach dem Krafttraining unter anderem dazu beitragen kann, dass Kraft, Muskelwachstum und was war es noch, Maximalkraft, Kraftausdauer und Muskelwachstum negativ beeinflusst werden. Wir haben das ja jetzt gerade eben alles eher so im positiven Kontext zusammengefasst. Wie stehst du dazu? Also mittlerweile haben wir nicht nur diese eine Studie, auf die du dich beziehst, sondern dankensweise eine ganze Reihe an Studien, die das tatsächlich belegt haben. Wir haben selber auch bei uns im Forschungsprojekt eine sehr aufwendige und lange Studie dazu gemacht. Das ist ja sehr schwierig nachzuweisen, aber es ist tatsächlich so, also wenn wir regelmäßig direkt nach Krafttraining, also in den ersten Stunden danach Kälteanwendungen nutzen, insbesondere Kaltwasseremmersion, die sehr wirksam ist, dann führt das zu einer Herabsetzung der Krafttrainingsanpassung. Und das ist auch so ein bisschen logisch, weil natürlich auch der sekundäre Muskelschaden, der weniger wird, ist auf der anderen Seite aber ja auch ein wichtiger Stimulus, zum Beispiel zur M-Tor-Aktivierung. Und wenn dieser initiale Stimulus oder dieses initiale Signal reduziert wird oder eingeschränkt wird durch die Regenationsmaßnahme, dann fallen im Umkehrschluss dann die Adaptation, die potenziellen Adaptationen geringer aus. Also dementsprechend kann man durchaus empfehlen, wenn man sagt, wir haben jetzt hier eine Krafttrainingsphase, wo es darum geht, maximal zu adaptieren, man in den ersten Stunden nach der Trainingseinheit auf Kälte verzichten sollte. Dieser Secondary Muscle Damage, der entsteht in den ersten Stunden nach dem Sport, in den ersten sechs, maximal zwölf Stunden. Das heißt, also wenn ich sage, am nächsten Tag gehe ich in die Eistonne zur Schmerzlinderung, kann ich das ruhig machen, weil dann ist der Secondary Muscle Damage sowieso da. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, am nächsten Tag muss ich nicht mehr in die Eistonne, um den Secondary Muscle Damage irgendwie zu behandeln, weil der ist dann da, da kann ich nichts mehr machen. Das heißt also wirklich unmittelbar nach dem Training sollte ich Kälte machen, wenn ich Muskelschaden reduzieren will oder nicht machen, wenn ich die maximale Adaptation im Krafttraining ausnutzen möchte. Zusammenfassend kann man also sagen, es ist immer zielspezifisch. Ganz genau. Immer. Und das ist glaube ich, die Leute wollen ja immer so eine allgemeingültige Lösung haben, geht weder in der Trainingswissenschaft noch in der Ernährungswissenschaft noch in der Medizin, alles, also es ist halt immer, das ist ja das Problem, warum, oder das Problem eigentlich nicht, sondern eigentlich ist ja der Luxus, weil der Körper halt so gemacht ist und dass es deswegen ja auch so schwierig ist, diese wissenschaftlichen Daten überhaupt zu erheben, weil nicht nur das Ziel muss klar sein, sondern die Methodik muss klar sein, keiner darf davon wissen, eigentlich, also klar weiß man, dass man da gerade mitmacht, aber nicht in welcher Gruppe man sich befindet im besten Fall. Und deswegen macht das ja so kompliziert und deswegen ist es ja auch, ehrlicherweise über fast alles, worüber wir jetzt gerät haben, war immer so, ja, in dem Kontext ergibt es Sinn, in dem Kontext vielleicht nicht, wir brauchen aber noch mehr Daten und die Menschen denken, finde ich, ganz oft heutzutage, wir wüssten das schon alles und das ist alles ganz klar und auch wenn man so ein Medizinbuch aufblättert, steht so, wenn du dir 200 Erkrankungen einbruchst, steht so bei 150, irgendwie so, die abschließenden Ursachen sind nicht abschließend geklärt. So und das ist das, was glaube ich, ganz viele gar nicht, gar nicht wissen oder auch nicht denken. Das ist keine 100 Prozent, also wir sind noch nicht am Endpunkt angekommen. Die Frage ist auch, ob wir das überhaupt jemals tun, aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht und ich lese jede Woche noch natürlich Untersuchungen auch zu Regeneration, weil es auch eines meiner Themen ist und lerne jede Woche noch was Neues dazu und bin weit davon entfernt, alles verstanden zu haben und zu wissen, was ja aber auch schön ist, weil man immer wieder auch neu überrascht wird und klar, es gibt leider, es gibt nicht das Allheilmittel oder das Rezept für Regeneration, es ist sehr, sehr situationsspezifisch, anwendungsspezifisch und da gibt es unterschiedliche Kriterien, da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf zu sprechen, die man vielleicht so ein bisschen heranziehen kann und sich überlegt, okay, was soll ich denn jetzt wirklich tatsächlich in dieser konkreten Situation machen und man kann eben nicht sagen, okay, Kälte ist für alle gut, sind wir abhängig von der Situation und Kälte ist auch, das kann man auch weiterdenken, also es gibt auf der anderen Seite Untersuchungen, die gezeigt haben, wenn ich unmittelbar nach einem Ausdauertraining Kälte anwende, führt das zu einer Verstärkung der Anpassungsprozesse, also Kälte kann positiven Einfluss haben auf die Anpassung der Ausdauerleistungsfähigkeit und dementsprechend kann man nicht pauschalisieren, Kälte nach Training ist immer schlecht, manchmal kann es auch gut sein und es gibt auch Studien, Interventionsstudien, die gezeigt haben, zum Beispiel im Ausdauersport, dass Kälte regelmäßig zu einer Stabilisierung oder Erhöhung der Trainingsqualität führt, weil ich eben nicht so stark ermüde und das ist jetzt so ein bisschen tricky, weil dann kann man vielleicht sagen, okay, Kälte wirkt vielleicht physiologisch adaptationsmindernd, aber führt ja auch regenerationsfördernd, also kann ich die nächste Trainingseinheit wieder mit höherer Intensität machen, was dann wiederum stärker die Adaptation beeinflusst, als dieser ursprüngliche hemmende Einfluss der Kälte, also es ist so ein bisschen tricky und ich würde sagen, Kälte ist wirklich oder Kaltwasserimmersion auch als Beispiel die einzige Maßnahme, wo man so ein bisschen vorwarnen kann, wenn es um eine Interferenz mit Adaptation geht im Kontext Krafttraining, aber in allen anderen Fällen aufgrund auch häufig der fehlenden echten physiologischen Maßnahmen gibt es kaum richtige Interferenzeffekte zwischen einer Regenationsmaßnahme und bestimmten Trainingseffekten. Ja, aber den letzten Punkt, den du jetzt gesagt hast, ist glaube ich nochmal ganz wichtig und sowas ähnliches sage ich nämlich auch immer, dass klar, wir wissen jetzt, dass dieser Effekt sich vielleicht, wenn man jetzt bei Kälte und Co. bleibt, dass sich das vielleicht auf dieses Muskelwachstum dann im ersten Konsens kurzfristig auswirkt und da vielleicht dann einen negativeren Effekt hat, aber die Frage ist ja, was, also wenn man sich jetzt einen Bodybuilder zum Beispiel anguckt, wer, welcher Bodybuilder ist der derjenige, der am Ende gewinnt auf der Bühne, der, der kurzfristig die besten Erfolge hat oder der, der das am längsten macht, sondern, und das ist quasi genau das, was du ja gerade auch gesagt hast, vielleicht hat Kälte aber ja jetzt kurzfristig da einen negativen Effekt, aber der positive Effekt, der durch Schlaf, Immunsysteme und andere Sachen ausgelöst hat, ist vielleicht so groß, dass vielleicht andere Faktoren wieder von Vorteil sind, die diesem kleinen negativen Effekt deutlich überwiegen und deswegen ist das halt super schwierig, finde ich, wenn man eine Datenlage hat und man sieht, ah ja, Maximalkraft schlecht und Muskelaufbau schlecht und Kraftausdauer schlecht, ja genau, aber es heißt jetzt ja nicht, dass es eine schlechte Anwendung ist, so, ja und ich glaube, das war nochmal ein super wichtiger Punkt am Ende, deswegen wollte ich den nochmal hervorheben. Wenn man jetzt so ein bisschen von Kälte und Wärme weggeht und man geht so ein bisschen so mehr in diese Lifestyle-Anwendung, wenn wir so zum Thema Nahrungsergänzungsmittel gehen, ich bin ja ein super großer Verfechter davon, Nahrungsergänzungsmittel erst zu geben, wenn man Blutwerte hat und gemessen hat und sieht, was irgendwie wirklich Sinn ergeben würde, aber würdest du sagen, es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die gerade regenerativ und vielleicht auch für Performance Sinn ergeben? Die Frage kannst du besser beantworten, glaube ich. Wir haben ja in unserem Forschungsprojekt uns auf sogenannte komplementäre Regulationsmaßnahmen konzentriert. Der Bereich der Nahrungsergänzungsmittel und auch der Bereich Ernährung ist ja sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr komplex. Den haben wir gar nicht angetastet in unserem Forschungsprojekt. Ich persönlich bin erstmal davon überzeugt, dass wenn wir eine ausgewogene Ernährung haben, haben wir schon sehr viel richtig gemacht. Aber klar, man muss ganz klar sagen, dass zum Beispiel Leistungs- und Spitzensport, wo ja Regeneration so wichtig ist, dass das ja auch eine spezielle Gruppe von Sportlern ist, die häufig auf Grund verschiedener Dinge, also Reisen, da ist nicht immer im Hotel genau das passende Essen zur Verfügung und so weiter, natürlich eine ganz besondere Herausforderung haben. Und da ist es vielleicht nicht immer möglich, genau die 100% Ernährung zu haben und da ist es natürlich dann einfacher, an der einen oder anderen Stelle mit Nahrungsergänzungsmitteln auch mal gegenzusteuern. Es gibt jetzt aus meiner Erfahrung nicht auch das Nahrungsergänzungsmittel, was jetzt diese Regeneration beschleunigt, im Sinne einer schnelleren Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit. Es gibt bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, sei es jetzt eben Proteinsupplemente, die unterstützen können, wenn ich weiß, okay, es ist für mich schwierig, jetzt gerade in einem Setting ausreichend Protein zuzuführen durch die Ernährung. Und es gibt natürlich auch andere Nahrungsergänzungsmittel, aber da will ich wie gesagt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich nicht Experte bin, aber mich das natürlich trotzdem interessiert. Jetzt gerade habe ich eine interessante Untersuchung gelesen zu Probiotika und dass eine Probiotika-Supplementation zum Beispiel die Infektanfälligkeit im Leistungssport reduzieren kann, weil Leistungssportler natürlich infektanfälliger sind durch die auch extreme Belastung des Immunsystems, weil Leistungssport natürlich sehr, sehr anstrengend ist für den Körper. Aber ich gehe davon aus, dass du die Frage noch viel besser beantworten kannst als ich. Aber spannend, dass du das gerade mit den Probiotikern angesprochen hast, weil ein guter Freund von mir, der auch Medizin studiert hat, der aber auch Athletiktrainer von verschiedenen Eishockey- Mannschaften und Co. war, der hat damit eine Untersuchung gemacht, ich weiß nicht mehr hundertprozentig genau die Zahlen, aber die haben auch sich die Ausfalltage angeschaut von den Leistungssportlern und ein Großteil der Ausfälle war aufgrund von Magen-Darm- Problemen und die haben dann nämlich auch angefangen mit Probiotikern zu arbeiten und dann sind die Ausfalltage, also die Krankheitstage nämlich auch runtergegangen. Es scheint vielleicht einfach natürlich aufgrund des erhöhten Esspensums und Co. und Leistungsbereitschaft und Co. natürlich irgendwo was zu sein, was vielleicht da sehr viel Sinn ergeben könnte. Da bin ich jetzt auch kein Experte, da müsste man dann auch noch mal mehr ins Detail gucken. Aber klar, es gibt natürlich nicht so das eine Supplement, da bin ich komplett bei dir. Wo man jetzt sagen würde, das sollte man jedem geben. Die meisten Leute denken ja so, es gibt so ein All-in-One-Pulver, was jeder irgendwie zu sich nimmt und dann ist jedem damit geholfen. So einfach ist es ja auch nicht. Ich denke, es gibt so für jedes Tool, was Regeneration beinhaltet, sei es jetzt Schlaf zum Beispiel, es gibt dann Dinge, die den Schlaf verbessern und dadurch die Regeneration verbessert werden kann. Aber dennoch, ich finde schon zu einem Großteil, es ergibt sehr, sehr viel Sinn, gerade im Leistungssport, wo der Körper ja das höchste Gut ist, dass man sowieso regelmäßig Blutwerte misst, guckt. Wir reden jetzt zum Beispiel am Wochenende auf derselben Konferenz. Da rede ich zum Beispiel über Hormonanpassung im Leistungssport oder im Sport explizit. Und es ist schon so, wir können natürlich viel genauer supplementieren, wenn wir wissen, was im Körper gerade vor sich geht. Alles anders so ein bisschen raten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt sehr viele Leute, die einfach das Budget nicht haben, irgendwie alle 6, 7, 8, 9 Monate für 400 Euro Blutwerte zu messen. Und dann kann man natürlich der statistischen Werte sich bedienen und sagen, hey, wir wissen, einfach über 90 Prozent der Leute haben einen Omega-3-Mangel, die meisten haben Vitamin-D-Mangel. Das heißt, man kann jetzt mit einer etwas niedrigen Dosierung zum Beispiel diese Supplemente nehmen und dann vier, fünf Monate später dann messen und gucken, wie sich der Wert verändert hat und dann die Dosierung anpassen. So, also wenn man sich die ernährungswissenschaftlichen Daten zumindest anschaut, sind das zumindest so die zwei Nährstoffe, die da sehr viel Sinn ergeben können. Aber klar, der Supplemente Markt ist unglaublich groß. Ich bin ein super großer Fan davon, aber auch nur, wenn es Sinn ergibt. Und wie du es anfänglich gesagt hast, hey, wenn wir eine ausgewogene Ernährung haben, dann brauchen wir auch keine Nahrungsergänzungsmittel. Die Frage ist immer nur so, ich glaube, so in der Bubble, in der du dich befindest, ist das, ist dieses Thema Ernährung weniger ein Punkt, als in der Bubble, in der ich mich befinde. Klar, ich denke auch so, man kennt das so aus dem Leistungssport, so diese Nudeltage und so, ob die so Sinn ergeben oder nicht, sagst du mal dahingestellt. Aber ich glaube so, da wird sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt manchmal. Das, was ich sehe, ist so, ja, mit einer ausgewogenen Ernährung geht das. Das Problem ist, wenn man sich so die Verzehrstudien anschaut, was Deutschland einfach ist, dann, ich habe das gestern im Webinar noch gesagt, das sind so 130 Gramm Gemüse am Tag. Das ist nicht mal eine Paprika. Das ist so. Und klar, da könnte man ansetzen. Die Frage ist, kriegt man das hin? So, für die meisten Leute ist es dann wahrscheinlich noch mehr Stress in ihrem Alltag, sich gesund zu ernähren, das funktioniert nicht. Und dann ist halt auch wieder die Frage, hey, wenn man den Leuten helfen will, klar, ich würde immer eine gesunde Ernährung vorziehen. Aber die Grundfrage ist, kann man vielleicht nicht auch mit einem Vitaminpräparat oder so, gerade wenn die Blutwerte schlecht sind, da unterstützen und sagen, hey, wir helfen dir jetzt erstmal, dass es dir besser geht. Und wenn es dir dann besser geht, dann hast du vielleicht auch mehr Zeit oder dann geht es dir dadurch besser und du brauchst weniger Schlaf oder wie auch immer, schläfst besser, fühlst dich dadurch besser und dann hast du vielleicht auch mehr Zeit zum Kochen. Also von daher ist das ein riesengroßes Thema für sich, da können wir jetzt wahrscheinlich 40 Stunden drüber reden, vor allem wieder zielorientiert, wie du das eben gesagt hast. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass es so one fits all irgendwie eine Sache gibt, die alle Probleme löst. Ich finde das super und ich finde nur, dass man es eben reflektiert macht, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, zum Beispiel mit einer Blutmessung und dann natürlich sehr individualisiert. Und wichtig ist natürlich immer ein bisschen kritisch ist ja das Thema Doping in dem Zusammenhang, weil natürlich viele Präparate auch auf dem Markt sind, wo man jetzt nicht genau weiß, wie sind die hergestellt worden und so weiter. Und vielleicht wurde das hier auch schon mal gesagt im Podcast, was natürlich immer hilft, ist die Kölner Liste, dass der ein oder andere, der vielleicht vorhat zu supplementieren, was ja auch dann in Ordnung ist in den bestimmten Settings und du hast jetzt die Bubble angesprochen. Also ich sehe auch im Bereich der Ernährung, auch im Leistungssport Potenzial, also Steigerungspotenzial. Da erinnert sich nicht jeder tippitoppi, also das ist so. Aber sobald eben supplementiert wird, besteht auch immer gerade im Leistungs- und Spitzensport das Dopingrisiko. Also der Blick auf die Kölner Liste ist da immer mal ganz gut, um vielleicht dann auch die richtigen Hersteller auszusuchen. Ja, vielleicht kann man ganz kurz erklären, Kölner Liste, was das ist. Also ich weiß, was es ist, aber ich glaube, die meisten anderen wissen das nicht. Ja, Kölner Liste ist frei zugänglich, also ist von der oder an die Borduchschule Köln angedockt und das Dopinglabor dort. Da werden eben bestimmte Chargen von Nahrungsergänzungsmittel Präparaten untersucht auf Reinheitsgrad und vielleicht Spuren von Unverreinigung. Wie heißt das Wort? Verunreinigung. Verunreinigung. Oh Gott, schwieriges Wort. Und das ist natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, aber man kann davon ausgehen, dass die Produkte, die auf der Kölner Liste stehen, eine gewisse Seriosität haben und man vielleicht nicht Gefahr läuft, direkt in so eine Dopingfalle zu tapfen. Ja, ich denke, die meisten bei mir kennen das, aber nicht unter dem Begriff Kölner Liste. Ich rede immer über das Kerpur und das ist ja zum Beispiel eine, das Kreatinmonohydrat, was eben auf der Kölner Liste steht. Ja, und klar, gerade im Leistungssport definitiv ein Punkt. Kreatin übrigens gute Evidenz, wenn wir jetzt über Regeneration sprechen und sagen kurzfristige Regeneration zwischen mehreren Sprints zum Beispiel oder im Krafttraining zwischen mehreren Arbeitssätzen. Das ist ja auch eine Form der Regeneration. Also wir regenerieren nach einem Arbeitssatz. Da haben wir gute Evidenz, dass eine Kreatinsupplementation da die Regenerationsfähigkeit beschleunigt, weil natürlich auch mehr da ist. Und dementsprechend, das ist so ein gutes Beispiel für ein Supplement, wo wir eine sehr gute Datenlage haben. Und das steht ja auch nicht auf der Dopingliste. Also kann jeder nehmen, wenn das reflektiert tut und macht auch durchaus Sinn, den bestimmten Sport an. Von aus einer Dosierung reden wir da? Sehr individuell. Das heißt ungefähr so eine Range. Also natürlich nicht, dass das jeder so für sich anwendet. Ich empfehle sonst normalerweise, also klar ist auch wieder individuell, aber auch vom Körpergewicht und so. Aber so 5 Gramm daily ist ja so meistens das. Früher, als ich so mit dem Kraftsport angefangen habe, war das noch so, so Bro-Science-mäßig, wirklich so, ja du musst das als Kur machen und du musst das mit rotem Traubensaft trinken. So war das früher, als ich angefangen habe, ich habe das wirklich immer mit Traubensaft getrunken und habe gedacht, das funktioniert nicht. Ich habe das Kur gemacht über zwei Monate, weil ich gedacht habe, meine Niere geht kaputt davon. Aber wo befinden wir uns da so ungefähr? Also ungefähr das, was du gesagt hast und dann ist es ein bisschen auch Trial und Error. Normalerweise kann man sich auch ganz gut darauf vertrauen, was die Herstellerangaben dann angeht auf den Verpackungen und da muss man mal so ein bisschen ausprobieren. Es gibt ja auch Responder und Non-Responder, die sehr krass darauf reagieren und in kurzer Zeit eine sehr krasse Gewichtszunahme haben. Andere, die gar nicht darauf reagieren, zum Beispiel ich. Also genau so in die Richtung geht das und wie gesagt, dafür gibt es eine gute Evidenz, auch eine gute Evidenz dafür, dass es nicht gesundheitsschädlich ist, wenn es gut dosiert ist und das wäre noch mal ein Beispiel auch im Kontext Regeneration. Ja, ich glaube, das ist das Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt mit der meisten Evidenz. Also sogar Magnesium hat weniger, weil Kreatin ist so... Koffein. Koffein, echt? Koffein hat auch sehr, sehr viele Untersuchungen auch zu Koffein und gegebenenfalls kurzfristigen Leistungssteigerungen. Gut, zu viel Koffein wäre dann ja dopig vergehen, aber zu Koffein gibt es mittlerweile auch echt viele Studien tatsächlich. Aber jetzt so als, also Leistungssteigerung im Sportbereich oder eher so nur tropisch? Leistungssteigerung. Okay. Ja, weniger, das ist jetzt weniger Regeneration, sondern mehr kurzfristige Leistungssteigerung. Ja. Okay, mega spannend. Von Koffein, jetzt wird der ein oder andere denken, wie kommt er jetzt zu Schlaf? So Koffein und Schlaf. Koffein erinnert mich immer so an Theanin und Theanin ist zum Beispiel eines der Nahrungsergänzungsmittel, die im Schlaf sehr hilfreich sein können. Was würdest du sagen, die meisten Menschen, die das Wort Regeneration hören, die würden wahrscheinlich als erstes an Schlaf denken. Ich habe das jetzt bewusst ganz ans Ende gepackt. Was würdest du sagen, wie relevant ist das, das Thema Schlafen? Ja, sehr relevant. Also gleicher Stellenwert wie Ernährung. Eine fundamentale Regenerationsstrategie. Ich meine, wir müssen natürlich sowieso schlafen, aber das sehen wir häufig auch durchaus im Leistungs- und Spitzensport, dass sowohl Schlafqualität oder auch Quantität im Einzelfall vielleicht unzureichend sind. Und da nochmal so ein Stellglied darstellen, um die Regeneration zu verbessern. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Wir wissen, dass im Schlaf sehr, sehr viel passiert. Sehr, sehr viele Regenerationsprozesse auch. Und das gilt nicht nur für Sportler, sondern auch für uns Normalsterbliche, um uns vom Alltag zu erholen. Und wenn die Schlafqualität und Quantität unzureichend ist, dann hat das suboptimal oder negative Auswirkungen auf Adaptationspotenzial, auf die Infektanfälligkeit, auf die Stimmungslage und so weiter. Ja, auch Immunsystem ist gerade so primär nachts aktiv. Super, super wichtiger Punkt, finde ich, ist das Thema Schlafen. Und was ich sehr schade finde, ist, dass die meisten reden über Training und das ist alles wichtig und wir müssen ganz viel machen und so. Aber Schlaf ist halt irgendwie keine Priorität bei den meisten. Das war, kennt das so, wenn man irgendwie fünf ist, dann will man nicht ins Bett gehen, weil irgendwie ist es viel cooler, wach zu bleiben. Und irgendwann verändert sich ja auch so dieser Schlafrhythmus vom kleinen Kind bis zum Erwachsenen oder dann sogar noch später, sodass man weniger Schlaf braucht irgendwann beziehungsweise sich das alles in eine andere Richtung einpendelt, was ja auch logisch ist. Aber würdest du sagen, es gibt so eine, man kann so eine pauschale Empfehlung geben, wie lange man schlafen sollte und auch wann man schlafen gehen sollte? Das ist sehr subjektiv und hängt auch so ein bisschen vom Chronotyp ab. Das ist Stichwort Chronobiologie. Also es gibt ja die Frühaufsteher, die Spätaufsteher. Wir sind ja leider eine Gesellschaft, wo quasi Frühaufstehen eine Tugend ist. Das heißt, die Spätaufsteher, die haben immer schon mal einen Nachteil eigentlich. Also das muss man so sich für sich selber so ein bisschen feststellen. Es gibt eben Personen, die total nachtaktiv sind und dann bis zwei, drei Uhr sich gut fühlen und dann ins Bett gehen und am nächsten Tag lange schlafen müssen aufgrund des individuellen Rhythmus. Das Problem ist halt, im Alltag können wir nicht immer unseren biologischen Rhythmus an den Alltagsrhythmus anpassen. Also wenn ich mal an den Nachwuchsleistungssport denken und an bestimmte Sportschulen, da findet dann häufig die erste Trainingseinheit um sechs Uhr morgens statt, vor der ersten Schulstunde und zwar für alle, unabhängig mal vom Chronotyp. Und das kann natürlich einen negativen Einfluss auf die Schlafqualität haben im Einzelfall, aber da muss man dann überlegen, ob man da vielleicht Lösungen finden kann, vielleicht auch Trainingsansetzungen zu individualisieren. Dass man einer Person, die eher ein Langschläfer ist, dann auch zugesteht, okay, deine erste Trainingseinheit ist nicht um sechs, sondern um neun. Es gibt keine pauschale Richtlinien, was jetzt den Schlafumfang angeht, also acht Stunden plus minus. Es gibt Personen, die mit ein bisschen weniger auskommen. Es gibt aber auch Personen, die viel länger schlafen müssen, bis zu zwölf Stunden im Leistungs- und Spitzensport, um sich zu regenerieren. Das ist auch so ein bisschen eine individuelle Geschichte und das spürt auch jeder ganz gut. Also jeder spürt ganz gut, wenn er über mehrere Tage weniger schläft, als er eigentlich bräuchte, dann merkt er das und jeder weiß ganz gut eigentlich, was er braucht. Was brauchst du? Ich bin schon eher so jemand, der ein bisschen mehr schlaft, auch tatsächlich, ich würde schon so schätzen. Also sechseinhalb Stunden ist definitiv zu wenig. Ich bin schon eher so der halb zehn Licht aus und früh aufstehen, geht sehr einfach und sehr gut, aber alles unter, also lange unter acht Stunden geht nicht gut bei mir. Bei mir auch nicht. Also ich brauche Punkt acht. Soweit ich drunter bin, dauerhaft, das merke ich, aber ich kann auch nicht länger schlafen. Ja, spannend ist ja auch, wenn man zu, also wenn man mehr als diese normale oder vorgegebene für sich selber Zeit schläft, merkt man ja auch, dass man wieder müder wird. Also ist ja eigentlich komplett abstrus. So, wenn man zu wenig schläft, ist man müde und wenn man zu viel schläft, kommt man ja auch in so eine Lethargie irgendwie rein, dass man nicht mehr so richtig rauskommt. Ich denke ja, jeder kennt das für sich. Du hast gerade eben so diese Chronotypen angesprochen. Wie kann man das messen für sich? Also ich meine, erst mal ergibt sich das so ein bisschen aus dem Lebensstil. Wenn man die Leute fragt, dann wissen die das eigentlich schon ganz gut. Natürlich kann man theoretisch über Blutmessungen oder so, wann sind welche Hormone am stärksten ausgeprägt im Tagesverlauf, natürlich so indirekt messen. Ja, was ist das jetzt für ein Typ? Also wir haben ja dann schon im Tagesverlauf sehr starke Stoffwechselschwankungen und so weiter. Also das kann man theoretisch machen. Es gibt standardisierte Fragebögen, mit denen man das ganz gut erfassen kann, weil man auch weiß eben, dass die Personen das eigentlich ganz gut einschätzen können. Ich meine diese Situation, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt ins Bett und ich weiß, in acht Stunden bin ich wach und dann bin ich wach. Das funktioniert natürlich sehr gut, wenn ich einen guten Schlafrhythmus habe. Ich gehe immer zur gleichen Zeit ins Bett und dann wache ich gut und frisch erholt, brauche eigentlich gar keinen Wecker auf und weiß, ich kann jetzt auch direkt aufstehen. Wenn ich aber keinen Schlafrhythmus habe und dann plötzlich aus Versehen deutlich länger schlafe aufgrund des fehlenden Schlafrhythmus, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Tag. Und dann stehe ich vielleicht auf und fühle mich trotzdem noch total unausgeschlafen. Oder wach nach fünf Stunden auf, bin dann hellwach, weiß, ich habe aber nur fünf Stunden geschlafen und kriege dann den richtigen Downer am Nachmittag oder so, weil dieser Schlafrhythmus fehlt. Aber wenn wir jetzt mal wieder Thema Leistungs- und Spitzensport mal uns angucken, da sind wir natürlich auch so ein bisschen dem Wettkampfkalender ausgesetzt. Also Beispiel Fußball Champions League, wenn ein Spiel um neun Uhr angesetzt ist, bis die ins Bett kommen, ist es ein Uhr. Und an den Vortagen wurde aber um zehn Uhr ins Bett gegangen. Oder im Tennis beispielsweise, wenn dann dort Night-Sessions teilweise stattfinden und die Spieler dann um elf Uhr auf den Platz müssen. Da kann man natürlich kurzfristig sagen, in den Tagen vorher passe ich, wenn möglich, so ein bisschen meinen Schlafrhythmus an. Aber dann habe ich meinetwegen am nächsten Spieltag ein Spiel um 15.30 Uhr. Das ist drei Tage oder vier Tage entfernt. Das ist ein Problem. Damit muss man umgehen lernen im Leistungs- und Spitzensport. Und ein anderes Beispiel noch, es gibt auch viele Sportarten wie Fußball, wo nicht so viel Geld drin steckt. Da gibt es viele Leistungssportler, die ihren Leistungssport machen und studieren oder arbeiten. Und die sagen, ich will aber auch noch mal ein bisschen Sozialleben haben. Was können sie dann vielleicht noch abends zwischen neun und elf? Obwohl es vielleicht besser wäre, dass sie um halb zehn ins Bett gehen, weil am nächsten Morgen um sechs Uhr die Trainingseinheit ist. Und es ist echt so eine schwierige Gemengelage von Entscheidungen, die da getroffen werden. Manchmal eben zu Ungunsten des Schlafes, weil vielleicht dann aber auch ein Sportler sagt, ich brauche diese zwei, drei Stunden abends für mich. Auch wenn am nächsten Tag die sechs Uhr Einheit ist, weil sonst mache ich das hier nicht mehr mit dem Leistungssport und höre damit auf. Das wollen wir auch nicht. Ja, logisch. Wie stehst du so, wir hatten das Thema Tracker eben schon mal. Wie stehst du so zu Tracking von Schlafrhythmen und solchen Sachen? Also man kann das durchaus machen. Ich mache das auch ab und zu aus reinem Eigeninteresse mit der Smartwatch. Wichtig ist am Ende aber, dass man wirklich Schlafhygienemaßnahmen ganz simpel implementiert, wenn man sagt, ich möchte eine bessere Schlafqualität haben. Sprich geregelte Einschlafzeiten, geregelte Aufwachzeiten und versuchen durch bestimmte Maßnahmen schnell zum Beispiel in den Schlaf zu finden, weil so langes Wachliegen abends, das führt immer dazu, dass ich das Gefühl habe, ich habe schlecht geschlafen und meine Schlafqualität ist schlecht. Sprich also vielleicht nicht den Kaffee direkt vorm Schlafen gehen. Andere können das, die können dann trotzdem gut schlafen. Aber wenn ich weiß, Koffein stört mich, dann sollte ich das nicht machen. Vielleicht nicht zu lange in den Bildschirm schauen. Obwohl es da aktuell auch Studien gibt, dass wenn ich jetzt eine spannende Serie gucke, das nicht unbedingt Einfluss auf die Schlafqualität hat. Aber wenn ich weiß, irgendwas, was ich mache, stört mich beim Einschlafen, dann soll ich das ganz bewusst lieber weglassen. Alkohol führt zu einer schlechteren Schlafqualität nachweislich. Der Social Jetlag am Wochenende, wenn ich die Nacht durchgezecht habe, führt zu einer schlechteren Schlafqualität im Leistungssport wie im Alltag. Und das sind ganz einfache Maßnahmen. Dafür brauche ich die Uhr nicht. Und dann kann ich natürlich die Uhr ein bisschen nehmen, sozusagen eher als Monitoring-Tool. Hilft das, was ich mache? Tatsächlich wird mein Schlaf qualitativ besser. Habe ich längere Tiefschlafphasen? Brauche ich weniger lange, um einzuschlafen? Hilft das, was ich mache? Aber am Ende zählt das Körpergefühl. Ich habe einige Patientinnen, die mit dem Whoop oder auch mit der Apple Watch messen. Und gerade ich habe sehr viele mit Hormonproblemen bei mir. Auch viel mit Biodentgen-Hormonen und so am arbeiten. Und ich sehe eine deutliche Veränderung in den Schlaf oder in der Schlafrhythmik, gerade in den Schlafzyklen, was, weil du es gerade angedeutet hast, mit verlängertem Tiefschlaf wieder. Ich sehe eine deutliche Verschiebung von REM zu Tiefschlaf, wenn es wieder besser wird. Aber gerade so, klar, unregelmäßiger Zyklus, ein Riesenproblem, nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Und einer der Hauptfaktoren, warum es dazu kommt, ist dieser ganze Stress, den wir halt heutzutage haben, der immer, immer mehr wird. Und ich finde so, es ist ein Tool, aber es ist halt auch irgendwie sinnlos, das jetzt jeden Tag zu messen und das dann jeden Tag irgendwie auszuwerten. Aber, also ich mache es bei mir selber, ich finde es halt spannend, über einen selber so diese Sachen zu lernen. Ich weiß gar nicht, du hast eben so einen Begriff dafür genannt, dass man der Self-Measurer oder Self-Quantifying. Self-Quantifying, genau. Ich finde das mega, mega spannend und ich will halt über mich selber so viel lernen, wie es irgendwie geht. Aber ich denke, auch da sind wir ja noch lange nicht an dem angekommen, dass wir jetzt wirklich zu 100 Prozent sagen können, war das jetzt REM-Schlaf oder war das jetzt Tiefschlaf oder die Sachen werden immer genauer. Und das, was du da trägst, ist wahrscheinlich schon am genauesten von dem, was wir momentan haben, zumindest wenn man sich da die Experten anschaut. Von den praktikablen Sachen, genau. Klar, wenn du jetzt mit dem EG schläfst und sowas, was anderes. Aber gibt es noch irgendwie so eine Sache, wo du sagen würdest, das ist vielleicht was, um den Schlaf zu verbessern, was man nicht so alltagstypisch häufig hört? Also früh ins Bett gehen und diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade hatten? Also gut, die Klassiker, man muss es vielleicht nicht sagen, manchmal muss man es sagen, natürlich. Ja, doch Reminder ist immer wieder gut. Ja, dunkler, ruhiger Raum, nicht zu warm, nicht zu kalt, gemütlich soll es sein. Also das sind so die wichtigsten Sachen erstmal, das sind so die Basics. Das ist auch nicht immer gegeben. Also wenn ich jetzt es zu entscheiden hätte und mit dem Team unterwegs wäre, würde ich sagen, immer Einzelzimmer. Nicht irgendwie zu zweit zusammen, außer die verstehen sich wirklich gut und wissen, entweder wir schnarchen beide so stark und es stört uns nicht oder keiner von beiden schnarcht. Ansonsten, was natürlich durchaus mal ab und zu helfen kann, ist Tryptophan, also irgendwie ein Alberspräparat mit Tryptophan kann die Schlafqualität erhöhen und das Einschlafen fördern. Also vielleicht jetzt nicht unmittelbar vor dem Schlafen gehen, in einem entsprechenden zeitlichen Abstand, aber ich nochmal aufs Klo kann. Ist ja auch blöd, wenn ich irgendwie kurz vorher noch was trinke und dann muss ich nach drei Stunden schon auf die Toilette rennen. Bestellt auch die Schlafqualität. Das wäre noch so was, was man machen kann und am Ende ist es wirklich diese typische Schlafhygiene mit Einschlafzeit. Also der Rhythmus ist das Stichwort sozusagen. Ja, absolut. Mega. Ich glaube, das wären jetzt so die wichtigsten Tools für mich, die wir so jetzt zusammengefasst haben. Ernährung haben wir jetzt so ein bisschen ausgeblendet. Wenn wir uns jetzt so zum Abschluss nochmal so einen spezifischen Klienten oder so einen spezifischen Menschen vornehmen würden und mal so wie so eine Art perfektes Toolkit für Regeneration für den bauen würden. Einfach so ein wirklicher Tagesablauf. Natürlich ist das jetzt nicht was, was auf jeden dann zu 100 Prozent passt. Aber wenn man jetzt sagen würde, man hätte jemand, der ist ambitionierter Sportler, jetzt nicht Leistungsathlet, sondern wirklich ambitioniert. Also er macht das für seine eigene Leistung, aber jetzt nicht Olympiade nächste Woche. Sei es jetzt für einen Wettkampf, den er irgendwann mal machen will oder sei es einfach nur für seine Gesundheit. Wie würde deiner Ansicht nach so ein Tag aussehen? Wir können jetzt jetzt von mir auch einen Crossfitter nehmen, damit man nochmal eine spezifische Sportart hat oder einen Fußballer, ganz wie du willst. Dass man so ein bisschen den Tag auch einmal durchgeht. Zu welchem Zeitpunkt am Tag würdest du was machen? Wann würdest du im besten Fall das Training machen? Wann würdest du, wenn Kälte machen? Wie man da oder wie man deiner Ansicht nach vorgehen würde? Also das ist ja sehr individuell und immer abhängig von der Sportart. Eine Sportart, die ich sehr spannend finde im Kontext Regeneration ist Zehnkampf, leichtathletischer Zehnkampf. Ich bin überhaupt kein Experte. Also die Zehnkämpferinnen und Zehnkämpfer, die jetzt zuhören, die werden vielleicht am Ende einen Shitstorm loslassen von dem, was ich jetzt sage. Aber ich versuche mal, ohne dass ich mich jetzt großartig mit der Sportart auseinandergesetzt habe, so als Laie so ein bisschen so eine Regenerationsidee aufzutechnen. Also Ernährung spielt ja sowieso immer eine Rolle. Ich würde zum Beispiel bei einem Zehnkämpfer eine Woche, nicht eine Woche, einen Tag oder anderthalb Tage vorher vielleicht in die Sauna gehen oder was mit Wärme machen. Weil es gibt ganz spannende Untersuchungen, die gezeigt haben, dass zum Beispiel durch Wärme Hitzeschock-Proteine zunehmen und zwar so ungefähr 16 bis 20 Stunden danach und das kann vor Muskeldestruktion schützen. Und zwar einen Tag vor dem Wettkampf. Es geht ja jetzt hier um Wettkampf und dann im Wettkampf, da wollen wir wirklich möglichst schnell regenerieren. Dann natürlich am Tag des Wettkampfs geht es um eine gute Ernährungsstrategie vor allen Dingen, weil so ein Wettkampftag mit fünf Disziplinen pro Tag ist sehr lang. Das heißt, wir müssen vorher volle Kohlenhydratspeicher haben. Das heißt, schon an den Tagen vorher geht es darum, die Speicher aufzufüllen und dann insbesondere rechtzeitig aufzustehen. Also vorher auch gut schlafen, rechtzeitig aufstehen, gut essen. Gut, dann ist der Wettkampf. Beim Wettkampf kann es sein, dass ich immer wieder so aktive Erholung mache, als Re-Warm-Up sozusagen, als kurzfristige Vorbereitung auf den Wettkampf. Und ich glaube, und da kann jetzt der Shitstorm losgehen, ich glaube, der letzte Wettkampf am ersten Wettkampftag im Zehnkampf ist ein Sprint oder ein langer Ausdauerlauf. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber zumindest etwas, was wehtut und was auch Muskelkater machen kann. Das heißt, direkt nach Ende dieses ersten Wettkampftags würde ich Kälte machen, um diesen Secondary Muscle Damage einzugrenzen, kurzfristig danach. Und dann vielleicht mit so ein bisschen Abstand gegebenenfalls noch irgendwas, um gut in den Schlaf zu kommen. Das kann eine ganz sanfte Massage sein. Das kann ein bisschen Dehn sein. Irgendwas, was entspannend fördernd ist. Gut schlafen wieder. Gut essen. Dann kommt der zweite Tag. Da kommt dann das lange Warm-Up vor der ersten Disziplin. Das wäre ja eine Form der aktiven Erholung. Und dann gilt das Gleiche wieder, um gut durch den Wettkampftag zu kommen. Gegebenenfalls Re-Warm-Up. Und dann ist der Wettkampf gelaufen. Und dann im Zehnkampf habe ich Zeit. Dann habe ich eigentlich erstmal gar nichts machen, weil dann hätte ich ja Zeit bis zum nächsten Wettkampf. Aber da sieht man mal, wie individuell das ist. Das, was ich jetzt gesagt habe, das passt ja jetzt wirklich nur auf diese Sportart. Wenn ich jetzt Schwimmen nehme, Schwimmer würde ich ganz selten in die Eistonne schicken. Das hat einen Plausibilitätsgrund. Also erstmal ist im Schwimmen, im Schwimmtraining selbst nicht von viel Muskeldestruktion auszugehen. Und es ist ja auch irgendwie, die sind ja sowieso schon die ganze Zeit im Wasser. Das ist also auch physiologisch nicht so plausibel. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell. Und es ist dementsprechend eher wichtiger, so ein paar Kriterien im Kopf zu haben, dass man in den unterschiedlichen Settings bestimmte Maßnahmen auswählen kann. Und das erste Kriterium ist zu berücksichtigen, was ist denn überhaupt die Ermüdung? Also dass ich so überlege, was ist jetzt hier eigentlich die Belastungs- und somit auch die Ermüdungsspezifität? Habe ich jetzt eher eine extreme metabolische Belastung, zum Beispiel Tour de France, wo die so viel essen müssen und zum Teil ja auch mit Infusionen da hängen, damit die überhaupt die Speicher wieder vollkriegen? Da geht es wirklich erstmal um Energie. Und alles andere ist zweitrangig. Oder geht es mir jetzt gerade um Muskelkater, um Muskeldestruktion? Dann ist vielleicht Kälte wichtig. Also das muss ich überlegen. Als zweites geht es um den Applikationszeitpunkt. Und das ist auch eine pragmatische Überlegung. Also wenn man mal das Beispiel Tennis nimmt, da haben wir ja immer diese Seitenwechselpausen. Da könnte ich theoretisch in jeder Seitenwechselpause irgendwie ein bisschen was machen. Machen sie auch. Sie essen oder trinken, machen vielleicht ein bisschen Atemregulation oder so. Oder geht es mir jetzt um den Zeitraum Nachtraining und Wettkampf inklusive Nachtruhe? Da habe ich dann ganz andere Möglichkeiten. Also so ein bisschen überlegen. Und zu diesem Applikationszeitpunkt zählt dann auch das, was wir diskutiert haben. Also man macht Kälte Sinn. Macht Kälte noch am nächsten Tag Sinn, wenn ich sage, ich will Muskeldestruktion reduzieren? Ne. Unmittelbar danach, wenn überhaupt. Oder Wärme vielleicht einen Tag vorher oder eineinhalb Tage vorher, um Muskeldestruktion vorzubeugen. Also ich muss mir so ein bisschen Gedanken machen, was ist vielleicht der beste Zeitpunkt, um die eine oder andere Maßnahme anzuwenden. Dritte Kriterium, das wird jetzt gerade ein bisschen länger. Dritte Kriterium Individualität. Also wir wissen, dass bei vielen Maßnahmen der Placebo-Effekt offensichtlich eine relevante Rolle spielt. Bei fehlenden echten physiologischen Effekten. Das darf man aber auch nicht unbedingt so negativ sehen, weil immer dann, wenn wir ein positives Körpergefühl haben, kann das in bestimmten Settings ein relevanter Effekt sein. Und deswegen können wir auf individuelle Vorlieben Rücksicht nehmen und sagen, hey, du machst das gerne, behalt das ruhig bei, weil es wird dir auch nicht schaden. Und du machst das gerne, also mach das ruhig, weil es dir auch nicht schaden wird. Also man kann so auf individuelle Vorlieben Rücksicht nehmen. Man kann aber auch versuchen, Athleten in bestimmte Richtungen natürlich zu renken. Wenn jetzt ein Athlet sagt, ja, das tägliche Bier hilft mir zu regenerieren, dann kann man ihm sagen, nee, das ist Quatsch. Also Alkohol wird dir nicht helfen. Auch wenn du das Gefühl hast, vielleicht, das hilft dir. Also so in Richtung mündiger Athlet. Und dann kann man noch ein bisschen berücksichtigen, was haben wir überhaupt für Athleten? Also Kinder und Jugendliche, die ermüden deutlich weniger als Erwachsene und erholen sich auch deutlich schneller. Da ist das nicht so relevant. Frauen ermüden weniger stark muskulär zum Beispiel als Männer. Da geht es vielleicht um andere Regenerationsmaßnahmen. Die erholen sich dafür aber auch deutlich schneller als Männer. Ältere Personen, es gibt ja auch viele Masterathleten. Vielleicht gibt es ja sogar welche, die hier zuhören, die im höheren, mittleren und höheren Lebensalter immer noch auf sehr hohem Niveau Sport machen. Die ermüden stärker und brauchen auch ein bisschen länger, um zu regenerieren. Und dann ist Regeneration plötzlich wieder relevanter. Also solche Dinge spielen eine Rolle. Und das sind so wichtige Entscheidungshilfen und so Kriterien, an denen ich mich so ein bisschen entlanghangen kann, um dann so einen Regenerationsplan zu entwerfen. Und zu guter Letzt sollten wir nie die Evidenz unberücksichtigt lassen. Im Sinne der evidenzbasierten Medizin, die es so ein bisschen vorgemacht hat, kann man auch sagen, wir wollen eine zumindest evidenzunterstützte Regenerationsplanung. Nicht alles kann evidenzbased sein, weil es zu kompliziert ist und wir auch zu wenig wissen. Aber wichtige Entscheidungen sollten wir versuchen, unter Berücksichtigung der Evidenz zu treffen. Und wenn man das so berücksichtigt, dann fährt man schon ganz gut. Ja, mega. Das waren doch super Kriterien. Eine Frage fällt mir tatsächlich bei dem dritten Punkt, bei der Individualität noch ein. Weil du hast so schön dieses Beispiel Männer und Frauen, beziehungsweise Frauen und Männer genannt. Würdest du sogar sagen, dass der Zyklus bei der Regeneration eine Rolle spielt und dass man den Regenerationsplan, es gibt ja so Trainingspläne von Coaches und von einigen Trainern, die zyklusadaptiert trainieren, das heißt in der zweiten Zyklusphase anders, weil man da andere Hormonlevel hat und anderes Östrogen, deswegen andere Regenerationsfähigkeit und Co. Ist das was, wo man bei der Regeneration tatsächlich sogar auch Rücksicht drauf nimmt? Ich glaube, ich weiß es nicht mit Sicherheit. Es ist ja auch ein Forschungsfeld, was noch sehr jung ist, was wichtig ist, weil das natürlich eine ganz besondere physiologische Situation ist mit dem Menstruationszyklus und natürlich viele Leistungssportlerinnen und Sportler dadurch auch Leistungsschwankungen erfahren. Und ich glaube oder bin überzeugt davon, dass wir das mit kalkulieren sollten bei der Regenerationsplanung, genauso wie auch bei der Trainingsplanung. Es gibt ja erste Studien, die gezeigt haben, dass zyklusgesteuertes Training effizienter ist als ein One-Fit-All-Programm, das den Zyklus unberücksichtigt lässt. Ja, absolut. Ich glaube nämlich auch, dass dieses Thema Hormone generell in diesem Kontext Leistungssport und da genau rede ich ja am Sonntag auch drüber, viel zu unbeachtet ist heutzutage. Und wir haben ja so verschiedene Syndromen, Red Ass und solche Geschichten, also wo es um Energie geht oder Mangel an Energie eigentlich. Und wir früher auch immer gedacht haben so, ja, es hat eigentlich nur was mit Knochengesundheit, wie du es eben gesagt hast, Stressfrakturen und Co. zu tun. Und also diese Female Trial, so heißt es ja. Und wir heutzutage einfach wissen, dass sich das auf allen multifaktoriellen Ebenen auswirken kann. Und da ist dieses Thema vor allem Hormondiagnostik auch eins, wo ich finde, was viel, viel, viel zu selten gemacht wird im Leistungssport, schaut man sich da jetzt mal so Sporttauglichkeitstests und sowas an. Also ich habe schon mehrere davon auf dem Tisch gehabt tatsächlich und habe mich tatsächlich echt gefragt so, ja, also das sieht jetzt nicht so viel anders aus als ein kleiner Gesundheitschecks und so beim Hausarzt. Und ich denke schon, gerade wenn man so dieses Thema Regeneration und Leistungsfähigkeit auf das nächste Level bringen will, dann ist dieses dritte Kriterium von dir Individualität ein super, super wichtiges und wahrscheinlich eines, was natürlich im System sehr schwer abbildbar ist. Oft, wie du es eben schon angesprochen hast mit den Uhrzeiten. Wann ist das Training? Geld spielt natürlich sowieso immer eine Rolle. Aber klar, gerade im Leistungssport, wo die Leistung ja das ist, was zählt. Da geht es ja nicht nur um Gesundheit wie bei dem Alltagsmenschen, was ja trotzdem super wichtig ist. Aber da ist ja die Leistung, das womit man Geld verdient. Und dieses Thema Hormone ist tatsächlich eins. Und ich habe früher, als ich gecoacht habe, habe ich auch zyklusadaptiert die Trainingspläne für die Leute gemacht oder für die Frauen in dem Fall. Man muss aber natürlich auch sagen, und deswegen kam ich da jetzt drauf, irgendwann wird es halt auch echt kompliziert. So, das ist und nicht nur für einen selber zum Planen, sondern vor allem auch in der Umsetzung. Und ich denke, gerade bei Leistungsathleten ist es natürlich super, super essentiell wichtig, dass man versucht, alles rauszuholen. Aber natürlich auch irgendwie so, dass man halt noch sein Leben leben kann und halt nicht nur dafür lebt. Der Timer geht jetzt. Ich muss das nachher sagen. Oh, ich muss in die Kälte. Oh, ich muss jetzt das. Ah, nee, stimmt. Falsch eingestellt, weil ich bin gerade in der falschen Zyklusphase. Es wird halt irgendwann so kompliziert, dass einen sowas ja auch daran hindern kann, dann überhaupt was zu machen. So, und wir haben jetzt über ganz viele Kriterien und Dinge gesprochen. Und ich glaube, im Leistungssport super wichtig, für den allgemeinen Menschen ist das so, hey, mach das, mach erst mal irgendwas und mach es mal regelmäßig so. Nicht jede Woche irgendwie das Tool ändern und 38 Mal so mit Kälte und Wärme zu spielen. Absolut super sinnvoll. Und ich meine auch überhaupt nicht, dass ich gegen die Sachen bin. Gar nicht, ganz und gar nicht. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Aber ich denke schon so, dass wir aufpassen müssen, dass wir es nicht zu kompliziert machen. Das hast du ja gerade mit der Wissenschaft auch gesagt. Es ist so, wir brauchen das als Basis und es ist extrem wichtig, das zu nutzen. Aber wir müssen irgendwo auch aufpassen, dass wir nicht für jede x-beliebige Situation ein Tool, eine Studie, eine Situation haben und nachher sich das keiner merken kann und auch keiner das in der Praxis dann umsetzen kann. Denn wir können das in der Theorie alles beweisen. Aber die Frage ist ja, wie schaffen wir das dann auch in der Praxis umzusetzen. Also sei es jetzt mit Ernährungsplänen oder auch anderen Dingen. Und ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Aber ich finde diese Kriterien super gut, weil da kann man sich ja sehr schön entlanghangeln. Aber ich denke, wir haben noch ganz viel Ausbaufähigkeit beim Punkt Individualität tatsächlich. Step by Step. Also es gibt auch nicht den perfekten Regenerationsplan. Den kennen wir nicht. Und hinsichtlich der Tool zählt immer. Vom Wiegen wird die Sau nicht fett. Also wir sollten das messen, was wir auch nutzen können und wo wir vielleicht auch tatsächlich dann Entscheidungen treffen, basierend auf den Dingen, die wir messen. Aber da würde ich dir auch zustimmen, nicht zu verkomplizieren. Das führt nur dazu, dass vielleicht so pseudomäßig Dinge gemessen werden, weil alle es irgendwie machen. Aber so richtig nutzt man es eigentlich nicht für die Entscheidungsfindung. Und hinsichtlich Regeneration kann man sich immer so, kann sich jeder eigentlich so eine Art Regenerationspyramide vorstellen. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will jetzt mal anfangen, mich mit dem Thema Regeneration auseinanderzusetzen, dann geht es los. Okay, was kann ich vielleicht am Schlaf tun? Was kann ich vielleicht bei der Ernährung tun? Und da hat man ja häufig schon viel Potenzial auch durchaus, Optimierungspotenzial, unabhängig davon, ob das jetzt ein absoluter Spitzensportler ist oder ein Freizeitsportler. Und dann irgendwann mal kann ich überlegen, macht es vielleicht Sinn, noch die ein oder andere Maßnahme durchzuführen? Und dann kann es zunehmend vielleicht ein bisschen komplexer auch werden. Aber Step by Step in der Pyramidenbasis anfangen, Schlaf, Ernährung und alle anderen, wir nennen sie ja dementsprechend extra, nicht fundamentale Regenerationsstrategien wie Schlaf und Ernährung, sondern komplementäre Regenerationsstrategien. Da, wie heißt das? Viel muss, nichts kann. Ne, wie heißt es? Ja doch, alles kann, nichts muss oder so ähnlich. Ja, perfekt. Das reichst du raus einfach am Ende. Ja, ja, alles gut. Ja, wunderbar. Ich denke, das war ein super guter Abschluss und das hat jetzt einen schönen Strich drunter gemacht. Timo, ich muss mich noch dran gewöhnen, das zu sagen. Ich danke dir für deine Zeit, für die Arbeit, die du da reinsteckst. Ich denke, du machst da einen sehr, sehr geilen Job. Ich freue mich auf den Vortrag tatsächlich morgen früh. Wenn jetzt irgendjemand sagt, diesen sympathischen Professor möchte ich mir irgendwie nochmal angucken, können die Leute dich irgendwie finden? Kann man sich von dir irgendwas angucken? Muss man dafür an die IST kommen? Oder erzähl doch mal ganz kurz, wo man so ein paar Sachen von dir finden würde? Ja, mich findet man natürlich an der IST Hochschule. Ab und zu auf Kongressen findet man sich. Und ansonsten, wer meinen Namen googelt, findet dann auch direkt meine Telefonnummer von der IST Hochschule und meine E-Mail-Adresse. Also jeder, der Fragen hat, kann sich natürlich gerne an mich wenden oder mich anrufen. Ich telefoniere eigentlich immer lieber oder rede lieber, als lange E-Mails zu schreiben. Gefährlich bei so vielen Menschen, die zuhören, aber ja. Bei seriösen Anfragen. Und ja, das ist eigentlich so, darüber sieht man sich oder trifft man sich und sehen nicht regelmäßig, glaube ich, bin nicht im Fernsehen oder so. Okay. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir verlinken das einfach mal in den Shownotes unten. Und ansonsten, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke dir für die Einladung, hat mich sehr gefreut und bis bald. Ciao, ciao.